Guten Abend, liebe Gäste, sehr geehrte Damen und Herren. Zunächst einmal darf ich Ihnen alles Gute im neuen Jahr wünschen und freue mich, dass wir das erfolgreiche Format der Bürgerdialoge der AfD-Landtagsfraktion in diesem Jahr verstärkt umsetzen und auch weiterentwickeln werden. Und damit darf ich Sie zur ersten Veranstaltung im Jahr 2020 ganz herzlich begrüßen. Mein Name ist Christiane Christen und ich habe die große Freude, Sie durch diesen Abend führen zu dürfen. Die EU und der Föderalismus, Baden-Württemberg zwischen Brexit und Dexit. Das ist unser zugegeben etwas provokantes Thema für den heutigen Abend. Und dazu von mir nochmal ein herzliches Willkommen hier in der Stadthalle von Rottweil. Ganz herzlich begrüßen möchte ich auch die Zuschauer am Livestream. Wir sind online und danke gleichzeitig meinen Kollegen für die Bereitstellung, dieser Möglichkeit an der Veranstaltung auch aus der Ferne teilnehmen zu können. Und dann darf ich auch noch Herrn Rüdiger Kloß begrüßen. Neben den Teilnehmern, die ich nachher noch separat vorstellen werde, ist er unser Gast als Abgeordneter des Landtags in Baden-Württemberg. Föderalismus ist eines der Schwerpunktthemen der AfD-Fraktion in Stuttgart. Neben der Standortsicherung, der Bewahrung der Identität und der Stärkung der Bürgerrechte, ist der Föderalismus ein zentraler Pfeiler der Zukunftssicherung. Zahlreiche Anfragen und Anträge der Fraktion ranken sich deshalb auch um dieses Themengebiet. Es geht um die Frage, wie eine Zusammenarbeit der verschiedenen politischen Ebenen, von der Gemeinde über die Städte, Landkreise, Bundesländer, der Bundesrepublik, bis hin zu Europa bzw. der EU, wie diese Zusammenarbeit aussehen kann und wie Gesetze, Verordnungen und Steuern zusammenwirken können. Und es geht aber auch um die Frage, ob eine Nivellierung von Gesetzen, Verordnungen, Steuern und vielem mehr, mehr Vorteile bringt, für wen sie Vorteile bringt und für wen sie eventuell sogar Nachteile bringt. Ist die EU wirklich der Garant für Frieden und Wohlstand? Bringt sie uns mehr, als sie kostet? Oder ist es vielleicht sogar umgekehrt? Wie konnte es zum Brexit kommen, dem Ausscheiden Großbritanniens aus der Europäischen Union? Sind die Briten eigentlich verrückt geworden, dass sie dieses segensreiche Bündnis verlassen? Welche Auswirkungen hat der Brexit auf Großbritannien? Welche Auswirkungen hat er auf uns Deutsche, auf die anderen Mitgliedstaaten der EU und auf künftige Mitglieder der EU? Diese und viele weitere Fragen wollen wir heute diskutieren und in vielen Bereichen auch in die Tiefe gehen. Wenn Sie sich daran gerne beteiligen möchten, also eine Frage an einen unserer Gäste stellen möchten, dann dürfte ich Sie bitten, da drüben an dem Tisch solch eine Karte auszufüllen. Da schreiben Sie Ihre Meinung oder Ihre Frage einfach drauf und werfen Sie in diese schicke graue Box und ich werde die passenden Fragen dann zugeleitet bekommen. Ja, jetzt kommen wir zu den Gästen, die heute in dieser Runde mit Ihnen, mit mir und miteinander diskutieren werden. Wir haben AfD-Parlamentarier aus drei politischen Ebenen eingeladen. Dem Landtag Baden-Württemberg, dem Bundestag und dem Europäischen Parlament, die sich jetzt nacheinander mit Kurzvorträgen bei Ihnen vorstellen werden. Und den Anfang macht der Gastgeber des heutigen Abends, Emil Senze. Herr Senze ist Abgeordneter im Stuttgarter Landtag und kommt hier aus dem Wahlkreis Rottweil. Er hat in Betriebswirtschaft promoviert und war viele Jahre in der Finanzwirtschaft tätig. Heute ist er für die AfD-Fraktion in Stuttgart Mitglied im Ausschuss für Finanzen und Arbeitskreissprecher im Ausschuss Europa und Internationales. Herr Senze, bitteschön. Tja, guten Abend, meine Damen und Herren. Zunächst mal von mir auch ein gesundes, gesegnetes und erfolgreiches Jahr 2020. 2020 wird für uns alle wahrscheinlich eine große Herausforderung bringen. Zum einen stehen wir praktisch mehr oder weniger in einer Wirtschaftskrise bevorstehenden, aber die verdanken wir auch weitgehend auch unseren Regierungen, die mit falschen Instrumenten agieren. Sie erinnern sich ja alle mehr oder weniger an die Bertelsmann Stiftung, die sich zu allen möglichen Themen immer wieder bei uns meldet. So hat sie das auch letztes Jahr getan, und zwar im Zusammenhang mit der Europawahl, hat sie gemeint, sie müsste sich dazu melden und hat dann mehr oder weniger auf Grundlage der Einkommensdaten von 1992 bis 2012 praktisch eine Prognose und den Nutzen der EU mehr oder weniger prognostiziert und kolportiert. Dabei muss man wissen, dass Deutschland dort mehr oder weniger als großer Nutznießer der EU dargestellt wurde, aber ich darf Ihnen dort einige Zahlen mehr oder weniger vorzeigen. So hat zum Beispiel die Schweiz ein Nicht-EU-Mitglied, Hüter seiner eigenen Währung, über bilaterale Verträge an die ENU und an den Binnenmarkt gebunden. Das Einkommensplus pro Kopf im Jahr beträgt dort zum Beispiel 2.914 Euro. Nach der Schweiz folgen Luxemburg, Irland sowie Belgien, Österreich und die Niederlande. Frankreich steht an siebter Stelle mit 1.074 Euro Einkommensplus und man höre und staune, der Deutsche oder beziehungsweise Deutschland, der angebliche Hauptprofitier der EU, steht bei einem Einkommensplus von 1.046 Euro pro Kopf an achter Stelle. Man könnte auch sagen, abgeschlagen an achter Stelle. Das ist das angebliche EU-Erfolgsmodell, das uns jeden Tag mehr oder weniger vor Augen geführt wird. Fakt ist aber, der Plan der EU-Umverteilung geht auf Kosten der Deutschen. Man könnte auch sagen, die deutsche Bevölkerung wird systematisch entreichert, indem Sozialstandards weitergegeben werden, aber auch Innovationen und Errungenschaften aufgegeben werden. Für Baden-Württemberg haben wir mit sehr vielen Schwierigkeiten die Kosten der EU versucht zu evaluieren. Es findet sich keine Statistik, die dieses nachweist, so wie manche Statistik über die Kosten der EU uns mehr oder weniger auch verheimlicht werden oder in Nebenhaushalten oder Schattenhaushalten stattfinden. Wir konnten dennoch feststellen auf eigener Errechnung, dass die Baden-Württemberger sich die EU jedes Jahr 3,35 Milliarden Euro kosten lassen. Das wurde natürlich im Parlament sofort mehr oder weniger unter der Tatsache verneint, dass das nicht stimmen könnte. Es gäbe ja keine Zahlen, aber schmalliebig musste dann unser Europaminister Wolf zugeben. Und jetzt, wenn man höre und staune, dass die EU tatsächlich jeden einzelnen Bürger, jeden Tag, jeden einzelnen Einwohner, bei uns jeden Tag 84 Cent kostet. Wir haben das mal erlaubt, uns hochzurechnen und haben dann gesagt, bei 11 Millionen Einwohnern und 365 Tagen sind es allerdings 3,37 Milliarden Euro. Also unsere Zahl war nicht falsch, sondern die war tatsächlich validiert und stand auch fest. Das kostet uns die EU jedes Jahr. Und wahrscheinlich mit dem Austritt der Briten wird es sehr schnell hochgehen auf 7 Milliarden Euro. 7 Milliarden Euro, die wir dringend in unserem Land auch benötigen, wenn Sie mal sich umschauen und unsere Infrastruktur in Vergleich zu anderen Ländern setzen. Ich war vor kurzem in Spanien und hatte das Vergnügen, über dreispurige Autobahnen zu fahren. Und zwar durchgehend 200 Kilometer von Valencia nach Wursia. Verkehr keiner, aber Autobahn viel. Ich denke, es wäre auch schön und angebracht, wie man die A81 auch mit dreispurigen Autobahnen versehen könnte, um abzusichern, dass wir überhaupt noch wirtschaftlich in der Lage sind. Denken Sie daran, angesichts der Tatsache, dass einmal die Gäubahn wahrscheinlich in nächster Zeit in Vahingen Halt macht und wir nicht mehr direkt nach Stuttgart kommen. Und zeitgleich soll mehr oder weniger die Böbliger Engstelle auf der A81 übertunnelt werden. Wir wissen auch davon, dass es marode Brücken gibt zwischen Horb und Villingen. Also es ist nicht auszudenken, wie unsere Wirtschaft leiden könnte, wenn wir nicht in der Lage wären, diese zu sanieren. Aber kehren wir zurück zum angeblichen Nutzen und schauen wir uns durchschnittliche jährliche Zuwachsraten des BIPs an, und zwar von 72 bis 92. Der jährliche Wachstum betrug damals 2,7 Prozent pro Jahr, noch vor dem Euro. Die durchschnittliche Zuwachsrate des deutschen BIPs, also des Bruttoinlandsproduktes, von 93 bis 2013 betrug dann gerade mal 1,4 Prozent. Da fragt man sich doch als geneigter Zuhörer, wo ist denn der Nutzen für die Deutschen? Nur das Friedensprojekt, unter dem die EU uns immer wieder verkauft wird, oder sollten wir auch einen direkten Nutzen haben, in dem wir den auch einfordern und wieder das Geld in unser Land zurückholen. Also das Erfolgsmodell EU scheint unter den objektiven Zahlen ganz anders auszusehen, als der tatsächliche Nutzen dann tatsächlich auch hier eintritt. Aber diese Zahlen werden verheimlicht, diese Zahlen werden nicht offen kolportiert, die Zahlen werden nicht diskutiert und jedes Mal, wenn Sie eine Nutzenargumentation beginnen, so ist es mir auch persönlich im Landtag passiert, werden Sie reduziert. Sie sind ein Feind dieser EU. Nein, wir sind kein Feind dieser EU. Wir wollen die EU wieder zurückentwickeln auf das Niveau, wo sie hingehört. Sie soll das regulieren, was wir auf regionaler Ebene nicht können. Wir wollen wieder ein wirklich föderaler Staat sein und nicht gebunden sein an Anweisungen und Direktiven aus der EU. Und anstatt die EU immer in den Vordergrund zu spielen, sollten wir uns auch dem Weltmarktgeschehen wieder widmen. Denn wenn wir uns aus den Weltmärkten herausnehmen und nicht mehr mit Innovationen, die uns so erfolgreich gemacht haben, unsere Unternehmen zwingen dazu, dass sie sich dem Weltmarkt stellen, werden wir auch unbedeutend werden. Und zwar schneller als wir denken und wir erleben das auch. Und da bin ich schon gespannt auf den Kollegen Spaliel in der Automobilbranche, wo die Einbrüche spürbar jetzt auch hier vor Ort zu finden sind. Denken Sie nur an den Verbrennungsmotor. Wir haben hier viele Schleifereien, Drehereien, die in der Wertschöpfungskette als sekundärer Lieferant mehr oder weniger einem Zulieferer zuarbeiten. Wenn ein Getriebe herausfällt, wenn 40 Prozent aller Wertschöpfung aus dem Automobilbereich herausfällt, dann werden Sie das antreffen, was wir hier schon in Rottweil anzutreffen haben, nämlich dass bei Mahle Kurzarbeit eintritt und dass Menschen wieder in unserem Land um ihre Arbeitsplätze bangen. Und das sollten wir keinesfalls zulassen. Arbeitsplätze müssen erhalten bleiben. Menschen müssen von ihrem erworbenen Einkommen auch leben können. Und da kommen wir auf einen weiteren Aspekt. Der Sozialabbau in unserem Land ist signifikant. Keine Bevölkerung wird so nachlässig behandelt wie die Deutsche selbst. Sie sehen das heute, dass in Frankreich die Menschen auf die Straße gehen, weil sie angeblich bis 64 arbeiten sollen. Bei uns ist 67 schon Usus. Die Menschen wehren sich und vielleicht sollten wir von den Franzosen auch was lernen. Wir müssen auch wehren. Deshalb sind wir heute hier unterwegs. Es gibt noch viele Dinge anzusprechen, die wir aber im Rahmen der Diskussion dann abhandeln wollen. Denken Sie an das Ausbluten unserer Regionalität, unserer Wirtschaft vor Ort. Denken Sie an das Sterben des Handels, denken Sie an das Sterben der Gasthäuser, die im ländlichen Raum gerade so stark anzutreffen ist. Und denken Sie daran, wie unser Gesundheitssystem ausblutet und aufgrund des Profits mehr oder weniger in die Hände von Profiteuren und Wirtschaftsunternehmen kommt. Und deshalb will ich Sie hier abschließen und bedanke mich auch, dass meine charmante Diskussionsleiter nicht eingegriffen haben und ich die fünf Minuten nicht überschritten habe. Vielen Dank und ich freue mich auf die Diskussion. Ja, vielen Dank, Emil Senze. Weiter geht es mit Dr. Christina Baum. Sie ist niedergelassene Zahnärztin von Beruf, kommt aus dem Wahlkreis Main-Tauber und besetzt für die AfD im Landtag den Ausschuss Soziales und Integration. Christina, bitteschön. Ja, guten Abend, meine Damen und Herren, liebe Mitglieder, liebe Gäste. Ich freue mich, heute Abend wieder in dieser wunderschönen Halle sein zu dürfen. Ich war schon mal da. Es war damals ein Erlebnis und ich denke, es wird heute Abend auch wieder ein Erlebnis sein. Bevor ich mit dem eigentlichen Thema beginne, möchte ich Ihnen kurz von einem Gespräch berichten, das ich vor zwei Tagen mit zwei Redakteuren führte, mit einem Redakteur des SWR und einer Redakteurin des NDR. Es ging um etwas ganz anderes, aber automatisch kamen wir natürlich auf die momentane Demonstration oder die vergangene Demonstration in Baden-Baden zu sprechen, die ja auch von der AfD angeführt wurde. Es geht, wie Sie alle wissen, um diesen Skandal der Nazi-Omas, der Nazi-Säue und der Umwelt-Säue. Das war letzten Endes dann das Hauptthema unseres Gespräches und die Redakteure haben sich sehr darüber aufgeregt, dass eben die Redner dort so eine radikale Sprache hatten und eine radikale Wortwahl und wir, so hat man auch mir vorgehalten, wären doch diejenigen, die spalten würden. Wir würden die Gesellschaft spalten, denn das habe ich den Redakteuren vorgehalten. Ich sage, wenn Sie mit Ihrer nicht-neutralen Berichterstattung immer weiter einen Keil in die Gesellschaft hineintreiben, wie sollen wir jemals diese Gesellschaft wieder zusammenführen? Und da, wie gesagt, kam die Retourkutsche und man erklärte mir, wir seien doch die Spalter. Und das ist natürlich ein Vorwurf, den man nicht im Raum stehen lassen kann. Und ich habe dann auch geantwortet, wir sind nicht die Spalter, sondern wir vertreten die Wähler, die in der Politik oder von der Politik nicht mehr gehört werden. Wir vertreten... In meinem Wahlkreis, in meinen Tauber erhielt ich 17,2 Prozent der Stimmen. Das heißt also, jeder fünfte Wähler, ich rede noch gar nicht von den Nichtwählern, die ja auch unzufrieden mit der Politik sind, sondern jeder der Wähler hat, also jeder fünfte Wähler hatte mich gewählt. Und die, ich bin auch, ich bezeichne mich nie als Politikerin, sondern immer nur als Volksvertreterin, denn für mich ist der Begriff Politiker sehr negativ besetzt und ich kann mich mit dem überhaupt nicht identifizieren. Aber auf jeden Fall habe ich dann auch sehr provokant gefragt, ich gebe zu, was wollen Sie denn mit diesen Menschen machen, die eine andere Meinung haben? Was wollen Sie denn mit denen machen? Wollen Sie sie wegsperren? Wollen Sie sie in Lage sperren? Oder was wollen Sie mit diesen Menschen tun? Wir müssen eine Lösung finden, dass unsere Gesellschaft wieder zusammenkommt. Das ist eine der wichtigsten Aufgaben auch später für uns als AfD, wenn wir hoffentlich bald mal wieder etwas mehr zu sagen haben. Aber das wollte ich Ihnen nur so am Rande mal erzählen, weil mich das Gespräch sehr aufgewühlt hat, weil ich eben diesen Vorwurf, der ständig an uns gerichtet wird, ja überhaupt natürlich nicht teilen kann. Und ich sage Ihnen jetzt auch warum. Wir müssen es nämlich immer wieder ganz deutlich ansprechen, die Gründung der AfD, der Alternative für Deutschland, war und ist das Ergebnis einer katastrophal schlechten Politik aller bestehenden Parteien. Ein Korrektiv dazu war geradezu zu einer historischen Notwendigkeit geworden. Die neu gegründete AfD hatte sich von Anfang an auf die Fahnen geschrieben, ohne Tabus alle wichtigen gesellschaftlichen Themen zu diskutieren. Im Gründungsprogramm, was die meisten wahrscheinlich gar nicht mehr kennen, stand dazu wörtlich, ich zitiere, Wir setzen uns dafür ein, dass auch unkonventionelle Meinungen im öffentlichen Diskurs ergebnisoffen diskutiert werden, solange die Meinungen nicht gegen die Werte des Grundgesetzes verstoßen. Deshalb diskutieren wir als freiheitlich denkende Menschen selbstverständlich auch offen über die Europäische Union, hinterfragen die Notwendigkeit ihrer Institutionen und diskutieren über deren Reformfähigkeiten und Möglichkeiten oder eben auch nicht. Für viele Menschen, insbesondere Altparteienpolitiker, ist diese gedankliche Offenheit, die wir uns bewahrt haben, aber schon so etwas wie Ketzerei. Denn die Existenz der EU scheint für alle inzwischen ganz offensichtlich zu einem Dogma geworden zu sein, also etwas Grundsätzlichen, etwas Feststehenden, an dem überhaupt nicht mehr zu rütteln ist. Selten schlägt uns im Landtag so viel Ablehnung entgegen, wie beim Aufzeigen der Unzulänglichkeiten der EU. Die Verbohrtheit der Altparteien geht dabei sogar so weit, dass man uns vorwirft, den Dritten Weltkrieg in Kauf nehmen zu wollen, da ja nur die EU der Garant für den Frieden in Europa sei. Das haben wir ja heute auch schon wieder bei dem Pressegespräch gehört. Nach unserem deutschen Philosophen Ludwig Feuerbach bedeutet ein Dogma jedoch nichts anderes, als ein ausdrückliches Verbot zu denken. Denkverbote gibt es für uns als AfD-Mitglieder natürlich nicht. Und deshalb nehme ich heute auch an dieser Veranstaltung teil und begehe die Ketzerei und wage es, öffentlich zu fragen, wer diese EU eigentlich überhaupt braucht und ob es uns ohne sie nicht vielleicht sogar besser ginge. Dabei möchte ich an handfesten Beispielen nicht nur die Unsinnigkeit, sondern sogar die Schädlichkeit vieler EU-Rahmenbeschlüsse darlegen und freue mich dann auf eine Diskussion. Vielen Dank. Vielen Dank, Dr. Christina Baum. Ja, meine Damen und Herren, wir verlassen die Landesebene und begrüßen als nächstes einen Bundestagsabgeordneten der AfD hier aus Baden-Württemberg, Dr. Dirk Spaniel. Du darfst gern schon hochkommen, wenn ich dich auch zu Ende vorstellen darf. Er hat den Maschinenbau zum Thema Brennstoffzellentechnologie promoviert und viele Jahre bei Daimler in der Pkw-Entwicklung gearbeitet und hier vor allem auch zu den Themen alternative Antriebskonzepte und Fahrdynamik geforscht. Für die AfD-Fraktion in Berlin ist er verkehrspolitischer Sprecher. Bitteschön. Ja, vielen Dank. Es freut mich natürlich, hier zu sein und zu sehen, dass wir so einen großen Zuspruch haben. Das ist immer schön zu sehen, dass wir die Menschen mit unserer Politik oder dass Sie das Interesse an unserer Politik haben und dann auch zu unseren Veranstaltungen entsprechend kommen. Ja, Baden-Württemberg erkennt mich natürlich vielleicht auch in einer anderen Funktion, komme ich aber jetzt mal zu meinem Fachgebiet. Als verkehrspolitischer Sprecher der Bundestagsfraktion beschäftige ich mich nahezu täglich mit den Absurditäten der Verkehrspolitik aus Berlin und Brüssel. Und ich will Ihnen mal ein kurzes Beispiel nennen aus dem letzten Jahr. Da haben wir im Bundestag gefordert, dass wir über die Emissionsgrenzwerte für Kohlendioxid-Ausstoß, insbesondere bei Pkw, ist natürlich auch bei Lkw, aber insbesondere über die bei Pkw reden. Diese Grenzwerte der EU gelten ab 1. Januar diesen Jahres. Und diese Grenzwerte der EU werden uns und beeinflussen uns hier in Baden-Württemberg massiv. Die führen nämlich dazu, das will ich Ihnen kurz mal sagen, viele wissen das vielleicht noch gar nicht, es gibt eine Obergrenze für den Verbrauch von Fahrzeugen. Der liegt in der Größenordnung um die 4 Liter pro 100 Kilometer. Und das ist vorgeschrieben. Und wenn ein Autohersteller ein Auto baut, das mehr verbraucht, dann zahlt er dafür eine Strafe. Und jetzt wissen Sie ja alle, was Ihre Autos verbrauchen und vielleicht fahren einige oder andere auch ein neues Auto. Also pro jeden Liter, den dieses Auto mehr verbraucht, kostet das den Autohersteller eine Strafzahlung von 2.500 Euro. Und da fragen Sie sich natürlich, warum steigt also die Autoindustrie auf einmal plötzlich um auf Elektromobilität? Es gibt doch gar keinen Markt. Ja, das sage ich Ihnen. Nur durch den Umstieg der Autohersteller auf Elektromobilität oder auch Hybridfahrzeuge ist es überhaupt möglich, dass sie noch einigermaßen wirtschaftlich die Produkte verkaufen. Es ist nicht der Kundenwunsch. Es gibt gar keinen Markt für Elektromobilität. Das können Sie erkennen, wenn Sie sich einen Premiumhersteller hier in Baden-Württemberg zum Beispiel angucken. Der bietet ein Elektroauto an. Es gibt aber auch viele andere. Gucken Sie sich die Zulassungszahlen an. Es gibt keinen Markt. Das heißt, die EU hat eine Regelung gemacht, die uns hier in Deutschland und in Baden-Württemberg massiv in die Bredouille bringt, weil die Autohersteller gezwungen sind, ein Produkt anzubieten, um Strafzahlungen, erhebliche Strafzahlungen. Wir reden von einigen Milliarden pro Jahr für unsere Premiumhersteller. Diese Strafzahlungen zahlt dieser Hersteller, wenn er eben nicht die Elektromobilität bedient und Autos verkauft. Da gibt es auch noch Details, da können wir vielleicht dazu eingehen, warum die Hybridfahrzeuge keine Lösung sind. Was also dazu führt, ist, durch diese Strafzahlungen werden die Autos massiv teurer. Oder der Autohersteller verzichtet auf den Gewinn. Zunächst einmal gehen wir mal davon aus, er verzichtet nicht auf den Gewinn, sondern die Autos werden mittelfristig langsam deutlich teurer. Das heißt, das Auto wird hier zu einem Luxusartikel. Und dieser Luxusartikel führt dazu, dass sie noch unabhängig von den Mitarbeitern in der Autoindustrie und den Angehörigen alle betroffen sein werden, weil sie sich etwas Selbstverständliches, etwas für uns heute Selbstverständliches, nämlich die bezahlbare Mobilität, auf einmal nicht mehr leisten können. Ich sage das mal ganz simpel, wer sich heute eine E-Klasse leisten kann, der wird sich mit der neuen Gesetzgebung mittelfristig eine C-Klasse leisten können. Wer sich heute eine C-Klasse leisten kann, der wird sich eine A-Klasse leisten können. Und wer sich heute eine A-Klasse leisten kann, der genießt den öffentlichen Nahverkehr. Kann man das Leben in vollen Zügen genießen. Ich will Ihnen noch kurz erklären, warum das so zentral ist. Die Umstellung auf Elektromobilität, selbst wenn sie funktionieren würde und die Autohersteller Elektroautos anbieten würden und die Kunden sie kaufen würden, ist fatal für Baden-Württemberg. Ein einfaches Beispiel. Die Wertschöpfung eines produzierten Elektrofahrzeuges ist zu einem großen Teil nicht mehr in Deutschland. Das liegt daran, dass die Batterien automatisiert vorwiegend im Ausland gebaut werden oder eben die Rohstoffe zu großen Teilen importiert werden. Wir reden da, Emil, du hast es gesagt, wir reden da von Größenordnung 20, 30 Prozent des Fahrzeugwertes. Diese Wertschöpfung entfällt in Baden-Württemberg. Wertschöpfung hat auch ein anderes Wort, das vielleicht für Sie klarer ist. Das heißt Arbeitsplätze. Heute ist es so, dass wir den Stahl vielleicht nicht mehr in Deutschland produzieren. Eine Tonne Stahl kaufen Sie für unter 1.000 Euro. Aus dieser Tonne Stahl machen Sie fünf Motoren, mal so über den Daumen gepeilt. Diese verkaufen Sie für intern ungefähr 20.000 Euro, vielleicht mehr. Und von diesen 19.000 Euro, diese 19.000 Euro sind Wertschöpfung in Deutschland. Und davon lebt dieses Land. Und genau das fällt weg, wenn Sie auf Elektromobilität umstellen. Und das ist auch das, was Sie hier erleben, dass viele Zulieferbetriebe, die sich eben jetzt nicht mehr in dieser Wertschöpfungskette befinden oder zukünftig nicht mehr in der Wertschöpfungskette befinden, weil die Autohersteller umstellen müssen aufgrund der Politik, dass diese Zulieferbetriebe hier in Baden-Württemberg ihre Investitionen ins Ausland verlagern oder einfach nicht machen müssen. Und das ist eine Politik, es ist keine konjunkturelle Schwankung, es ist auch nicht ein Fortschritt. Es geht ja nicht darum, dass sich hier eine Technologie durchgesetzt hat, die wettbewerbsfähig wäre. Es ist eine politische Entscheidung in Europa getroffen, die uns in unserem alltäglichen Leben massiv beeinflussen wird und auch heute schon beeinflusst. Und das ist eine Politik, die wir nicht wollen. Wir stehen dem Fortschritt niemals im Wege. Und wenn die Europäische Union will, dass wir in Deutschland diese Grenzwerte für CO2-Ausstoß erreichen, dann muss man wenigstens, wie gesagt, wir haben einen Plan, dann muss man wenigstens eine technologieoffene Möglichkeit schaffen, dass unsere Unternehmen das auch erfüllen können. Und das ist die nächste Absurdität, zu der ich jetzt komme. Wir haben einen konkreten Plan, wie wir die gesetzlichen Vorgaben der EU erfüllen können. Wir haben im Bundestag den Antrag gestellt, dass synthetische Kraftstoffe anerkannt werden. Als Erste übrigens das Wort synthetische Kraftstoffe kam hier aus der AfD-Fraktion im Bundestag. Synthetische Kraftstoffe anerkannt werden als CO2-neutraler Kraftstoff. Warum ist das so wichtig? Wenn das nämlich passiert, der Liter synthetischer Kraftstoff, synthetischer Kraftstoff, den können Sie aus Abgasen erzeugen. Der wird aus CO2 hergestellt. Und wenn Sie den verbrennen, entsteht zwar wieder CO2, aber insgesamt fahren Sie das CO2 im Kreis. Das heißt, es kommt kein Neues dazu. Man könnte sagen, es ist das Ei des Kolumbus. Ist es tatsächlich? Jetzt gibt es Leute, die behaupten, die kosten 4 bis 5 Euro und wirken damit die Diskussion ab. Wissen Sie, was CO2-neutraler Kraftstoff kostet? Der kostet 10% mehr als mineralölbasierter Kraftstoff. Das ist ein Fakt. Den können Sie kaufen. Der Flughafen Stuttgart betreibt einen Teil des Fuhrparks damit. Das heißt, die Entscheidung, diese Kraftstoffe nicht als CO2-neutral anzuerkennen, ist eine politisch völlig unsinnige Entscheidung. Und sie kommt aus Europa und sie wird unterstützt von unseren Politikern. Und das heißt, es geht hier nicht darum, das Klima zu retten, wenn man das überhaupt kann, durch CO2-Einsparung. Es geht auch nicht darum, CO2 einzusparen. Ich habe Ihnen das ja gerade gesagt. Es geht darum, durch eine politische Entscheidung die Menschen in Elektromobilität reinzuzwingen. Und das ist eine Politik, die wir nicht in keinster Weise unterstützen und wir massiv bekämpfen werden. Das Ziel unserer Politik muss es sein, dass wir unsere Mobilität erhalten für alle sozialen Schichten. Und das Ziel muss es auch sein, dass wir hier in Baden-Württemberg unseren Wirtschaftsstandort erhalten. Wir haben es geschafft, in den letzten 150 Jahren hier einen der stärksten und ich muss auch sagen, einen der schönsten Wirtschaftsstandorte der Welt zu schaffen. Und es kann nicht sein, dass das, was die Generationen vor uns erschaffen haben, durch einen Federstreich oder eine ideologische Vorstellung aus Europa getragen von unseren Politikern, man muss sagen von Regierungspolitikern, nicht von dir, kommen wir ja gleich dazu, dass diese Entscheidung in Europa gefällt wird, zu Lasten unseres tatsächlichen Lebens und unseres Alltags hier in Baden-Württemberg. Wir wollen die Politik auf die regionale Ebene verlagern. Entscheidungen müssen da gefällt werden, wo sie die Menschen betreffen, auf der niedrigstmöglichen regionalen Ebene. Und dafür treten wir ein, dafür trete ich ein und ich freue mich auf die Diskussion heute Abend. Vielen Dank. Bitte, nimm Platz. Ja, ich bin weg. Genau. Ja, vielen Dank, Dr. Dirk Spaniel. Die nächste Rednerin, die ich Ihnen gerne ankündigen würde, ist Christine Andersson, aber sie lässt sich entschuldigen, krankheitsbedingt. Wir senden ihr von hier beste Genesungswünsche. So, meine Damen und Herren, und damit kompletiert Dr. Maximilian Krah unsere Runde für die Diskussion heute Abend. Er ist Rechtswissenschaftler und Rechtsanwalt aus Dresden. Im vergangenen Mai 2019 wurde er für die AfD ins Europäische Parlament gewählt und ist dort Teil der elfköpfigen AfD-Delegation in der Fraktion Identität und Demokratie. Uns vertritt er dort im Ausschuss für internationalen Handel und gehört der Delegation für die Beziehungen zu den Vereinigten Staaten an. Bitteschön, Dr. Maximilian Krah. Vielen Dank, meine Damen und Herren. Ich freue mich sehr, hier in Rottweil zu sein, im großen Landesverband Baden-Württemberg. Sie wissen, Baden-Württemberg ist mittlerweile so, das wird das industrielle Herz Deutschlands. Und deshalb sind Sie natürlich im ganz besonderen Maße mit dieser EU und Ihren Beziehungen, die Sie mit anderen Staaten hat, abhängig. Sie wissen, die deutsche Industrie ist sehr stark exportabhängig und natürlich ist Europa unser wichtigster Absatzmarkt. Und das ist eines der Argumente, das Ihnen entgegengehalten wird, wenn es um die Frage geht, brauchen wir die EU? Warum ist sie für uns so wichtig? Das Gegenargument, das ich Ihnen immer stellen muss, ist, wenn Sie jetzt in die Schweiz fahren, wenn Sie vor zehn Jahren in die Schweiz gefahren sind, dann merken Sie, dass etwas nicht stimmt. Obwohl Sie sehr viel arbeiten, obwohl Sie etwas produzieren, wird der Urlaub in der Schweiz immer teurer und letztlich unmöglich. Das heißt, offensichtlich kommt von dem, was Sie produzieren, von dem, was Sie exportieren, sehr wenig bei Ihnen an. Und es sind genau diese praktischen Fragen, die dazu führen, dass man in Zweifel zieht, was uns erzählt wird. In Stuttgart, Ihrer Landeshauptstadt, gibt es mittlerweile Fahrverbote für Autos und in der Regel für Autos, die Sie herstellen hier in Ihrem schönen Bundesland. Und jetzt überlegen Sie sich, wie Sie diese Fahrverbote abschaffen können, wenn Sie mit Ihnen nicht einverstanden sind. Die Stuttgarter selbst können es nicht. Das Volk in Baden-Württemberg kann es nicht. Der Deutsche Bundestag, der Repräsentant des deutschen Volkes, von dem die Staatsgewalt ausgeht, kann es auch nicht. Die Einzigen, die es können, ist der Europäische Rat, den Sie bitte nicht verwechseln mit dem Europarat. Soviel zur Transparenz der europäischen Institutionen, die man nicht auseinanderhalten kann. Das heißt, 24 Regierungschefs zusammen, die können als Einzige das Fahrverbot in Stuttgart ändern. Das zeigt doch, dass etwas nicht stimmt. Wenn man über eine lokale Frage nicht als Volk abstimmen kann, nicht als Demos, als Souverän, sondern wenn man 24 Regierungschefs dazu braucht. Und wenn Sie das weiternehmen, dann schauen Sie sich an, was aus uns, aus uns exportieren, turnen wird. Natürlich exportiert Deutschland extrem viel, weil der Euro so schwach ist. Aber meine Damen und Herren, der Euro ist deshalb schwach, weil Sie wenig verdienen. Schauen Sie sich die Reallöhne an. Sie sind sehr niedrig und wenn Sie sich den Schweizer Franken und US-Dollar anschauen, dann wachsen sie nicht. Sie arbeiten viel. Die Exportindustrie exportiert noch viel, bis dann endlich die EU dank CO2-Vorgaben es geschafft haben wird, auch damit ein Ende zu setzen. Aber die Einzigen, die davon profitieren, sind eben die Anteilseigner der großen DAX-Unternehmen. Und das sind selten Sie, sondern das sind in der Regel Großbanken und internationale Investoren, unter anderem BlackRock. Und derjenige, der den Markt aufgeschlossen hat, der verkauft sich gerade als bürgerlicher Hoffnungsträger. Auch hier, trau schau wem, ein einfacher Blick auf Ihr Kontoauszug, auf Ihre Entwicklung und auf Ihre Kaufkraft, 200 Kilometer südlich in Zürich, sollte Ihnen zeigen, dass etwas nicht so läuft, wie es laufen soll. Wir erkennen also, etwas läuft schief. Und wir müssen uns die Frage stellen, wie können wir es besser machen. Wir diskutieren heute vom Brexit zum Dexit. Und die Engländer, sie segeln nun davon. Wir sagen farewell. Wir vermissen sie zum einen, weil sie immer eine Stimme der kaufmännischen Vernunft gewesen sind. In der EU waren sie eine der wenigen, die weniger Zentralismus und mehr Liberalismus wollten. Wir wünschen ihnen alles Gute. Denn wenn Ihr Brexit ein Erfolg wird, wenn Sie es schaffen zu zeigen, dass man ohne einen überregulierten Hyperstaat mit einer byzantinischen Bürokratie lokalisiert in Brüssel, am Ende doch besser kommt, wenn Sie uns zeigen, dass Eigenverantwortung und selbstbestimmtes Leben, das eben über das Fahrverbot in London die Londoner und nicht die Regierungschefs bestimmen, wenn Sie uns zeigen, dass das besser geht, dann ist es vielleicht auch ein Argument, das die vielen Europa-Besoffenen hier in Baden-Württemberg und Deutschland aufwachen lässt. Entscheidend aber ist, dass wir uns auch klar machen, dass das, was die Engländer können, für uns schwerer ist. Wenn Sie am Rande Europas auf einer Insel sitzen, wenn Sie den Commonwealth als historischen Referenzrahmen haben und eine besondere Beziehung zu den USA pflegen, dann ist es leicht, Goodbye zu sagen. Wenn Sie aber als Exportnation in der Mitte Ihres Absatzmarktes sitzen und Sie würden unilateral sagen, wir gehen und die anderen bleiben alle drin, dann wird das ein sehr teures und ein sehr erfolgloses Spektakel. Wir sind also gefangen und wir müssen uns schauen, was sagen die, die um uns herum sitzen. Und ich kann Ihnen die gute Botschaft bringen, die leiden alle genauso wie Sie. Als ich nach Brüssel kam, dachte ich, letztlich ist es so, wir in Deutschland zahlen drauf und die anderen profitieren. Es gibt Argumente, wo das so ist. Aber bisweilen ist es eben so, wir zahlen drauf und die anderen zahlen auch drauf. Und das, was wir erleben, ist weniger eine Umverteilung von Deutschland nach Italien, nach Spanien, nach Frankreich, sondern es ist eine große Umverteilung von unten nach oben. Und diese ist nicht nur ungerecht, sie ist unsinnig und sie unterminiert das, was unser Land stabil und lebenswert macht, nämlich eine gesunde Mittelschicht, wo jemand, der einen Job hat, sich seine Familie ernähren kann, wo er sich für das Alter vorbereiten kann, wo er ein eigenes Haus bauen kann, wo die Kinder ihr Glück machen und er selbst zuversichtlich ist, dass das, was er aufbaut, weitergegeben wird. Dieses Konzept der Mittelschicht ist die Basis der Demokratie, weil derjenige, der sich das leisten kann, der kann sich auch politisch Gedanken machen, der kann wählen gehen, der kann hier sitzen und sich einbringen. Aber wenn die ökonomische Grundlage verloren geht, weil er nur noch arbeitet, damit exportiert wird, ohne dass seine Löhne steigen, wenn er nicht mehr reisen kann, weil überall anders die Löhne steigen, aber seine Währung nicht mitzieht, dann geht diese Mittelschicht kaputt und dann geht unsere Demokratie kaputt. Und deshalb gibt es auch eine ökonomische Basis, um die wir uns kümmern müssen, nämlich dass Sie endlich für die Arbeit, die Sie leisten, wieder genau so partizipieren und Ihr Einkommen steigt, dass der Schweizer nicht auf Sie herablegt und uns als Billigland nimmt, wo er billig einkaufen kann, sondern dass wir auf Augenhöhe wechselseitig uns besuchen und der Urlaub in der Schweiz für uns genauso erschwinglich ist, wie der Urlaub für den Schweizer in Baden-Württemberg. All das sind Probleme, die uns vereinen und die etwas damit zu tun haben, dass eine Zentrale völlig losgelöst von Ihnen sich immer weiter reinsteigert in Ihren Wunsch, alle Macht an sich zu ziehen. Nigel Farage hat mal zum Europaparlament gesagt, die wenigsten von Ihnen haben jemals einen echten Job gehabt und Arbeitsplätze geschaffen. Meine Damen und Herren, gucken Sie sich bitte das Bundeskabinett an und überlegen Sie sich, wer von denen im ersten Arbeitsmarkt vermittelbar wäre. Wir haben mittlerweile eine von den realen Problemen, den realen Nöten und der realen Ausbildung und dem Leben entkoppelte Elite und wenn diese dann auch im Ausland ist, in Brüssel und Straßburg, dann haben Sie einen Punkt erreicht, wo die nicht mehr an Sie denken, sondern wo Sie sich nur noch ach Sachwalter irgendwelcher übergeordneten Werteprinzipien, Ideen und Hirngespinste verstehen und das ist genau diese Umverteilung von Macht, von Geld, von Lebenschance, von Glück und von Bedeutung von Ihnen weg hin zu irgendwelchen Leuten, die Sie nicht kennen, die Sie nicht mögen, aber die Sie trotzdem regieren. Und das drehen wir um. Wir brauchen, da werde ich durchaus heute auch mit Werf diskutieren, durchaus europäische Abstimmung, nicht weil Deutschland zu klein ist, für sich selbst zu sorgen, aber meine Damen und Herren, die Slowakei, Slowenien, Andorra und Belgien sind zu klein, allein Handelsverträge mit den USA, mit China, mit Indien abzuschließen, sie sind auch zu klein, um Zollschranken einzuführen und alles selbst zu regeln. Und Deutschland hat sicherlich die Erkenntnis, dass es bei dem, was es selbst tut, daran denkt, dass diese nicht zu kurz kommen, dass es keinen Egoismus sich leisten kann, der nur zu antideutschen Ressentiments führt, die uns auch nicht gut tun. Das ist nicht die Frage. Die Frage ist nicht die der Verantwortung. Die Frage ist die einer völlig von allen Fesseln, von allem Nachdenken und von aller praktischen Relevanz entkoppelten, sich selbst nur noch verantwortlichen und in Hirngespinsten fliehenden Bürokratie, die letztlich den Bezug zur Wirklichkeit verloren hat. Und dazu müssen wir es zurückbringen und dazu müssen wir anfangen, in Frage zu stellen, wie sehen die Institutionen aus? Keiner von Ihnen wird sie mir aussagen können, weil sie so kompliziert ist, dass man es nicht machen muss. Was gehört tatsächlich gemeinschaftlich geregelt? Einiges, nicht vieles. Was regeln Sie besser selbst? Zum Beispiel Ihr Fahrverbot in Stuttgart. Was ist besser, dass Sie es im Griff haben, weil Sie die Herren, die da sitzen, viel einfacher am Schlawittchen packen können, wenn die Unsinn machen, als Sie es einen Kommissar können, dessen Sprache sie nicht sprechen. Und wie wollen wir vorangehen, damit das wichtigste Ziel von aller Politik wieder gewährleistet wird, nämlich das Glück, der Wohlstand und die Sicherheit der Menschen, die hier ganz konkret vor Ort da sind, arbeiten gehen und einen Anspruch darauf haben, dass die Politik Ihnen dient und nicht umgekehrt. Vielen Dank. Vielen Dank, Maximilian Krah. Und jetzt ist die Runde komplett. Meine Damen und Herren, viele Themen sind jetzt schon angerissen worden in der ersten Dreiviertelstunde und wir werden jetzt noch Gelegenheit haben, einzelne Bereiche genauer unter die Lupe zu nehmen und noch viele, viele Fragen beantwortet zu bekommen. Ja, vier Politiker, die ohne weiteres im ersten Arbeitsmarkt vermittelbar wären, sehe ich hier oben. Eine, die noch aktiv arbeitet und zwischendrin ich. Und lassen Sie uns gemeinsam den Abend beginnen. Die EU wird ja, wie ich es vorhin schon gesagt habe, als Garant für Frieden und Wohlstand dargestellt. Christina Baum, meine erste Frage möchte ich an dich richten. Ich habe mal von dir gehört, dass im Landtag die Abgeordneten anderer Fraktionen euch vorwerfen, mit eurer Kritik an der EU den Dritten Weltkrieg in Kauf zu nehmen. Eine unfassbare Aussage, aber weil wir heute ja gerne ein bisschen in die Tiefe gehen möchten. Was antwortest du diesen Kollegen, die sich vor Kriegsvisionen fürchten? Ja, das ist wieder so eine Aussage mit der ganz großen Moralkeule, wenn man keine anderen Argumente hat. Sobald man substanzielle Kritik an der EU übt, kommt eben diese globale Antwort, wenn man wirklich keine Detailantwort geben kann. Ich meine, dass die EU-Gründung die Grundlage oder beziehungsweise die Idee nach zwei verheerenden Weltkriegen daraus entstand, dass endlich auf europäischem Boden Frieden herrschen soll, das ist sicherlich eine sehr gute Idee gewesen. Und ich glaube, es gibt hier in diesem Raum niemanden, der wieder einen Krieg möchte. Also wir sind uns wohl alle darin einig, das hat nichts mit Parteizugehörigkeit zu tun, sondern jeder normale Mensch möchte einfach nur ein friedliches Leben führen. Also sowas dann als Argument zu bringen, wenn man die EU als Institution, diese große Einrichtung als Institution ablehnt, damit einen Krieg herbeiführen zu wollen oder sowas überhaupt in Gedanken zu führen. Das ist natürlich irrwitzig, das kann man überhaupt nicht verstehen. Und die Anfangsidee, die EU stammt ja, die Europäische Wirtschaftsgemeinschaft war ja die erste Stufe, die entstand ja in den 50er Jahren. Und das war ja auch eine sinnvolle Idee. Dieser Freihandel, diese Öffnung, die nicht mehr vorhandenen Zölle hat ja zu einem enormen wirtschaftlichen Wachstum geführt. Und das darf man und soll man ja auch weiter beibehalten. Das wollen wir ja auch. Wir wollen ja das auch, dass die Wirtschaft blüht und so weiter. Aber wir wissen alle, es gibt ja auch innerhalb, es gibt ja auch in Europa Länder, die nicht in der EU sind, auch heute schon. Und deswegen kann man nicht pauschal sagen, die EU ist der Garant. Die Idee war gut der Gründung und ist aber letzten Endes inzwischen so, also die Entwicklung der EU, der Institution der Europäischen Union, ist ja in eine ganz andere Richtung gegangen. Sie führt ja dazu, dass es immer mehr eine Vereinheitlichung gibt in allen Prozessen und dass immer mehr eine Vergemeinschaftung stattfindet und eben dieser nationale Charakter der einzelnen Staaten überhaupt nicht mehr zum Tragen kommt. Über viel Vereinheitlichung und Verordnungen und Normen und so weiter werden wir später auch noch sprechen. Die EU in ihrer heutigen Form gibt es seit 2009. Da wurden dem Parlament mehr Kompetenzen eingeräumt. Noch eine Frage an dich, Christina. Bist du vorher auch durch Europa gereist? Und war das ein anderes Europa als heute? Ja, also da gibt es natürlich zwei Abschnitte in meinem Leben. Wie die meisten wissen, ich komme ja aus der DDR. Da war unsere Reisefreiheit sehr begrenzt. Ich konnte mit Visum maximal bis nach Rumänien und Bulgarien reisen, was ich dann teilweise auch getan habe. Aber als ich dann 1989 hier in den Westen kam, sage ich immer noch, das war vor dem Fall der Mauer, habe ich diese Reisefreiheit ja geradezu genossen. Und ich werde es nie vergessen, als ich das erste Mal mit meinem Mann eben nach Österreich gereist bin. Und wir kamen an den Grenzübergang und man brauchte nur seinen Ausweis vorzuzeigen. Das war für mich so ein Gefühl der Freiheit. Das kann sich gar niemand vorstellen, der nicht vorher in einem Gefängnis wie der DDR gelebt hat. Das war für mich wirklich ein richtiges, befreiendes Gefühl, dass ich endlich auch reisen konnte. Das war ja auch für viele ein Grund in der DDR, zu sagen, also dieses System mit diesen Gefängnisstrukturen nach innen gerichtet, wollen wir nicht mehr. Also wie gesagt, um die Frage zu beantworten, diese Reisefreiheit haben wir natürlich auch vorher schon gehabt. Im Westen, das muss ich dazu sagen. Wenn man auf die Webseite der Europäischen Union geht, dann begegnen einem sofort wohlklingende Schlagworte. Ich nenne mal ein paar Integration, Toleranz, Inklusion, Gleichstellung etc. Die AfD-Haltung, dazu würde ich gerne hören. Vielleicht von dieser Seite. Integration, Toleranz, Inklusion, Gleichstellung, dafür soll die EU stehen. Was ist damit gemeint? Also ich wusste gar nicht, dass ich, bevor ich Politiker, AfD-Politiker wurde, dass ich intolerant bin. Das habe ich dann erst feststellen müssen. Ich dachte immer, ich bin tolerant, aber jetzt habe ich ja etwas Böses gedacht. Nein, das sind Sie nicht. Sagen meine Mitarbeiter auch, aber die haben immer gerne für mich gearbeitet und sogar internationale. Also von daher gesehen ist das doch eine Fragestellung. Toleranz heißt natürlich, dass man auch Unterschiedlichkeiten anerkennt. Dieser Weg in die Egalität führt nicht zu Fortschritt. Europa wurde groß, weil wir unterschiedlich waren, weil wir ständig im Wettbewerb waren von einem System zum anderen. Schauen Sie, wir waren zum Beispiel als Deutschland nie der Innovations-Hotspot von einem Beginn, sondern wir haben auch, sagen wir mal, abgekupfert von den Briten und wir haben deren Produkte besser gemacht. Wir haben ein Bildungssystem gehabt, das war noch geprägt von Frontalunterricht und Pauken. Das hat man jetzt aufgelöst. Ob das zum Vorteil dieses Staates war, das wage ich zu bezweifeln. Wir haben Fremde immer bei uns eine Heimat gegeben und ich denke nur an die ganzen hukenottischen Dörfer, die es hier im Nordschwarzwald auch noch gibt, die haben eine Heimat bekommen. Aber was wir nie wollten, war, dass wir von anderen Etien dominiert werden. Das wollten wir nie. Und wenn man Toleranz in diesem Sinne versteht, dann sind wir allesamt noch tolerant. Das ist nur eine Frage der Masse. Und Toleranz gebietet auch, dass der andere Respekt hat vor einem. Wenn ich eine Elite, Wenn ich eine Elite abgekapselt vom Volk, abgekapselt von den Nationen sehe, die jeden Tag, und da unterstehe ich sogar noch Fleiß, etwas sich Neues ausdenken und sich in der Komplexität bewegen, dann kann das auch bei uns zu keiner Toleranz führen. Im Übrigen hatten wir nie die Möglichkeit, darüber abzustimmen, ob wir so ein System wollen. Und wir waren und sind im Föderalismus groß geworden. Ich hatte mit dem Herrn Schulz und der Presse hieß in Presse gerade so einen leichten Disput, weil ich gesagt habe, die Gründer des Grundgesetzes haben das dann eigentlich als zentralstaatliches Modell anlegen wollen. Aber die Amerikaner haben uns gezwungen. Und dann hat er vehement und berechtigterweise darauf hingewiesen, dass wir schon immer föderal strukturiert waren. Nur der hegemoniale Anspruch der Preußen, sage ich mal, hat uns dann gezwungen, mehr oder weniger, immer mehr Kompetenzen abzugeben. Das hatte eine Zwischenstation in der Weimarer Republik und dann im Dritten Reich ganz besonders. Das heißt, wir haben unseren Föderalismus langsam abgegeben. Das heißt, wir haben früher immer im Land sehr viel selbst geregelt. Und gerade hier in Baden-Württemberg, wir sind ja für unsere revolutionäre Gene eigentlich bekannt. Und selbst die Grünen verdanken ihre Gründung uns Baden-Württemberg. Das muss man auch mal ganz klar sagen. Das haben Sie nur vergessen. Ich habe vor zwei Wochen gesehen, dass tatsächlich in Stuttgart am Bahnhof immer noch zwei Demonstranten stehen, die Stuttgart 21 Schilder hochhalten. Also wir halten auch durch und sind ausdauernd. Ausdauernd, äußerst ausdauernd. Und deshalb werden wir auch diese Zwischenphase der EU ausdauern und überstehen. Und wir werden auch die Vorgaben von Herrn Kretschmann überleben. Und wenn wir zwar nicht gesetzmäßig das CO2-Verbot oder das Fahrverbot in Stuttgart verhindern können, unser Widerstand wird erst schleichend leise sein, aber er wird immer lauter und immer lauter. Und wir haben es auch geschafft, die Atomideologie leider zu unseren Leidweisen mehr oder weniger abzuschaffen. Aber wie gesagt, wir sind duldsam, aber es geht bis zu einer bestimmten Grenze und dann nicht mehr. Da können wir uns auf etwas gefasst machen. Aber ich darf einen Punkt noch aufmachen, auf das Totschlag-Argument. Wer gegen die EU ist, ist für Krieg. Also eine dümmere Argumentation habe ich nie gehört. Eine dümmere Argumentation. Die erinnert aber ganz stark dran, wer für den Klimanotstand ist, ist auch gegen das Klima. Also das ist genau so ein dummes Argument. Wir haben es doch geschafft, mit sehr sanften Schritten unsere Umwelt zu verbessern. Jetzt gehöre ich zu einer Generation, die hat schon vom Rinderwahnsinn bis zum Waldsterben alles erlebt. Also ich bin da schon gefeit. Aber junge Menschen in der Art und Weise, auch von der EU aus oder von Europa aus, so zu indoktrinieren und sogar gegen die älteren Menschen, die diesen Wohlstand geschaffen haben, zu polarisieren, das ist schon eine Unverschämtheit. Die kennt keine Grenzen. Das hat mit Moral zu tun, mit der großen Moralkeule. Und ich würde, Herr Krah, ich würde ganz gerne noch mal eben auf die Schlagworte, die ich eingangs erwähnt habe, zurückkommen. Integration, Toleranz, ich sage es dir noch mal, weil sie so toll klingen, Inklusion, Gleichstellung. Das ist ja ideologisches Vokabular. Man kann es ja gar nicht anders sagen. In Deutschland gehören diese Begriffe aber erst relativ neu in die politische Diskussion. Ich kann mich nicht erinnern, dass vor 15 Jahren jemand von Inklusion oder Gleichstellung geredet hat. Ich würde mich mal dafür interessieren, wie das im Ausland betrachtet wird. Spielen diese Schlagworte dort auch eine Rolle oder ist es ein deutsches Phänomen? Es ist wahrscheinlich sogar ein globales Phänomen, dass wir eine neue Art von politischer und sogenannter Elite haben, die sich solche Theorien ausdenkt. Vor 20 Jahren hatten Sie auch noch keine Gender-Lehrstühle in Deutschland. Genau. Die haben Sie aber natürlich nicht nur in Deutschland. Das heißt, wir haben eine, die gesamte westliche Welt betreffende neue Linke, die uns mit wohlklingenden Begriffen kommt, die wir so gar nicht auf Anhieb erkennen können. Also, was ist Gender? Geschlecht ist es irgendwie nicht, weil das hat ja was mit der Biologie zu tun, irgendeine Identität. Das heißt, Sie haben ein Fremdwort, das mit einem anderen Fremdwort erklärt wird und am Ende geht es wohl letztlich darum, dass all das, was uns zu dem macht, was wir sind, die Familie, die Landsmannschaft, die regionale Verbundenheit, auch die Nation, dass das in Frage gestellt wird. Das heißt, wir haben eine neue Art von kulturellen Linken, die alles angreifen und wie gute Kulturkämpfer greifen sie natürlich auch die Familie an. Also, als ich dieses Lied gehört habe, da von der Umweltsau, wer ein bisschen sich mit Mao und seiner Kulturrevolution beschäftigt hat, der weiß, dass es dazugehört, dass man die Kinder gegen die Alten in Stellung bringt, dass man alles in Frage stellt, was an Tradition da ist und dass man so tut, als wenn jetzt die Welt komplett neu beginnt und man sie auf einem weißen Papier neu malen kann. Die Frage ist, was ist konservativ? Das ist das, was wir dagegen stellen. Konservativ ist, dass wir sagen, es gibt eine natürliche Ordnung der Dinge. Es gibt Eltern, es gibt Kinder. Die Kinder geben weiter, was die Eltern geschaffen haben, so wie die Eltern weitergegeben haben, was die Großeltern geschaffen haben. Das tut man aber nicht rein isoliert und individuell. Wir sind nicht nur allein. Das tun wir mit unserem Nächsten, der vielleicht in derselben Ortschaft schon gewohnt hat. Wenn Sie sich Ihre Familienalben untereinander zeigen, dann werden Sie nämlich feststellen, dass sie ziemlich ähnlich aussehen. Ihre Eltern und Großeltern haben sich auch schon gekannt und wenn jemand dazugekommen ist, sei es aus Thüringen oder noch ein paar Jahre davor aus Ostpreußen und Schlesien, dann kann der trotzdem was mit Ihnen anfangen. Das heißt also, wir leben nicht nur in der Vertikalen, wir leben auch in der Horizontalen als eine Landsmannschaft, als ein Volk. Und diese ganzen Institutionen, die zwischen uns als dem völlig losgelösten Einzelnen und der ganzen Menschheit sind, das ist das Natürliche der Dinge und das ist das, was uns zum Konservativen macht, weil wir das erkennen und schätzen. Und diese linken Kulturkrieger, die jetzt seit 20 Jahren unterwegs sind und die Ihnen klar machen wollen, dass also Ihre Großeltern Umwelt säue sind und dass Sie jeden Morgen vor Ihrem Spiegel entscheiden können, welches Ihrer 50 Geschlechter Sie sich jetzt aussuchen, die wollen das alles kaputt machen. Und dazu haben Sie sich eine Reihe von Begriffen ausgedacht. Gender, Inklusion, wir kennen sie alle, ich könnte mir auch noch fünf dazu ausdenken, die würden Sie gar nicht erkennen, die klingen genauso. Und wir sind in diesem Kulturkampf. Und die Wahrheit ist, weil wir jetzt fragen, wie sehen das die anderen, leider sind wir in Deutschland nicht besonders gut in der Abwehr. Das heißt, was ich feststelle ist, dass uns die Franzosen, die Italiener und ganz besonders die Osteuropäer voraus sind, darin, das offen anzusprechen, zu durchdenken und Widerstand zu leisten. Während ich so ein bisschen den Eindruck habe, dass zumindest manche Teile Westdeutschlands oder man könnte sagen, also alles außer Sachsen, diejenigen sind, die das sehr stark übernehmen und zwar aus einem Begriff, den ich auch vorzugsweise außerhalb Sachsens höre, nämlich Image. Es ist schlecht für mein Image, wenn ich den Mist nicht mitmache. Ich sage Ihnen immer, es ist furchtbar schlecht für Ihr Image, wenn Sie ihn mitmachen, weil Sie sich dann eigentlich bei einem besseren Teil der Weltbevölkerung noch nicht blicken lassen können. Und wenn wir jetzt den Bogen zur EU zurückspannen, es gibt durchaus ein Argument, das für die EU spricht, nämlich, dass ich die Hoffnung habe, dass uns zumindest in dem Kulturkampf, der sehr fundamental unser Leben betrifft, dem wir auch diese Einwanderungswelle verdanken. Warum wurden denn die Einwanderer in München mit Teddybären beworfen? Weil man natürlich mit ihnen die Hoffnung verbunden hat, das, was uns selbst zu Münchnern und zu Deutschen macht, überwinden zu können. Das war ja der edle Wilde, den man da begrüßt hat, in der Hoffnung, endlich aus unserer eigenen Kultur austreten zu können. Die anderen sind halt ein bisschen heller. Und zumindest, nehmen Sie die Italiener, denen wir ja gern vorwerfen, dass sie sich finanziell ein gutes Leben über den Euro machen, was nicht ganz falsch ist. Aber es ist so. die Chance des Matteo Salvini, 2021 oder 2022 italienischer Ministerpräsidenten wird, liegt zurzeit bei locker fast 80 Prozent. Ich würde gern davon profitieren, was er dann für einen Budenzauber in den europäischen Institutionen veranstalten wird, wenn er es ist. Denn auch das habe ich gelernt, so schwer zu diskutieren, wenn Sie überhaupt diskutieren wollen, wie mit den deutschen Kollegen im Europaparlament, ist es mit keinem anderen. Also die ideologische Verbortheit, die wir hier in unserem Land haben, die ist in der Tat mit die schlimmste. Und insofern, wir sitzen, wir wollen selbst uns verwalten, wir wollen endlich, dass die Kompetenz über unsere Fahrverbote, unsere Industriestandards, unser Geld wieder bei uns liegt. Aber dass das so wird, weil es besser so ist, das erkennen oft die Nichtdeutschen besser als zumindest die Deutschen, die zurzeit politisch das sagen. Kann man denn vor dem Hintergrund sagen, dass über die Bande der EU deutsche oder elitäre Ideologiepolitik betrieben wird? Über die Bande? Also eine ganze Reihe von dem, was uns zurzeit quält, wäre ja nie in Deutschland durchsetzungsfähig gewesen. Das ist, was ich damit meine, dass in einer Ratspräsidentschaft Dinge angestoßen werden, Wir haben ja zwei Punkte. Wir haben die Regierungen, die ja in der Regel auf diesem Trip sind, die über den Europäischen Rat das Sagen haben. Und wir haben ja eine riesige Bürokratie in Brüssel an den Beamten, auch den Abgeordneten, ihren Mitarbeitern. Und die haben so eine Art eigenes Bewusstsein und bestärken sich darin auch. Und dieses Bewusstsein hat etwas damit zu tun, dass sie sich natürlich alle als Europäer fühlen und als Menschen höheren Bewusstseins. Also wenn die Sie hier sehen würden, Sie sind alle sehr baden-württembergisch, sehen Sie mir aus. Und wahrscheinlich haben Sie auch alle einen ordentlichen Job und stehen früh auf und so weiter. Das ist natürlich sehr reaktionär. Und Menschen Menschen höheren Bewusstseins würden sagen, was Sie an Meinungen haben, das ist völlig irrelevant. Man muss nur unsere höhere Meinung besser kommunizieren, dass selbst sie es noch verstehen. Und diese Umkehr von Demokratie, das haben die Leute, indem sie sich selbst moralisch immunisieren und erklären, dass sie eh was Besseres sind. Und die jetzt zurückzubringen und zu sagen, ihr seid nichts moralisch Besseres, sondern ihr seid letztlich eine Bande von Leuten, die von unseren Steuergeldern lebt. Und wenn wir euch den Hahn abdrehen, dann müsst ihr euch alle wieder auf dem ersten Arbeitsmarkt verdingen und nach allem, was wir wissen, wird das eher ein hartes Aufprallen sein. Diese Botschaft, das ist das, was wir vermitteln und das ist, ehrlich zu sein, auch das, was uns ziemlich unsympathisch macht. Das können Sie sich, glaube ich, nachvollziehen. Und da müssen wir durch. Okay. Christina. Ja, ich hätte noch eine Ergänzung anzubringen, was wir eigentlich fast bei jeder Rede der anderen Parteien im Landtag hören, ist der Begriff der Transformation der Gesellschaft. Also, dass Sie sprechen dieses Wort aus, jeder hört es, aber keiner weiß eigentlich so richtig, was es bedeuten soll, aber irgendwie hat man das Gefühl und man spürt, es ist nichts Gutes. Und ich glaube, das ist genau das, was du jetzt beschrieben hast. Die Eliten wollen uns eigentlich ihre Sichtweise aufdrücken. Und der Herr Kretschmann hat es tatsächlich auch schon mal fertiggebracht, im Plenum von der neuen Weltordnung zu sprechen. Ich habe mir dann erlaubt, über einen Abgeordnetenbrief ihn anzufragen, was er darunter versteht und eine neue Weltordnung, also eine neue Weltregierung, wer denn das dann sein sollte. Er hat sich natürlich sehr charmant herausgeredet. Er meinte damit die ganzen Prozesse der Globalisierung, so hat er es erklärt. Aber ich wollte damit einfach nur verstärken, eigentlich gibt man es offen zu, was man mit uns macht. Wir müssen es nur verinnerlichen und wir müssen daraus eine Lehre ziehen. Wenn wir das nicht wollen, müssen wir etwas dagegen tun. Ja, zumal der Begriff der neuen Weltordnung ja eindeutig ist und sich da rauszureden ist schon abenteuerlich. Stichwort Transformation und ich würde jetzt ganz gerne mal nach Großbritannien schauen. Vielleicht haben die Briten ja gemerkt, dass sie transformiert werden sollen. Wer weiß. Die Briten haben auf jeden Fall geschafft, was vor einiger Zeit noch undenkbar schien. Sie haben den Austritt aus der EU beschlossen. Und was bedeutet das für die Briten? Was bedeutet das für die verbleibenden EU-Staaten? Mich würde deine Einschätzung interessieren, Dirk. Ist der Brexit der Anfang vom Ende der EU oder wird es der Europäischen Union unter Umständen ohne die Dauernörgler aus Großbritannien besser gehen? Ja, also erstmal ist der Brexit ein Experiment und es gibt gewisse Ordnungen, die sagen, es gibt Experimente, die sollte man nicht machen, weil man will deren Ergebnis nicht sehen. Und das war die Politik der EU. Es gibt ein Experiment und die Diktion der EU ist, du kannst rein, aber du kannst nicht mehr raus. Das ist wie bei Hotel California. You can check out, but you can never leave. Und das heißt, es ist genau dieser Gedanke der EU, du kommst hier nicht mehr raus. Und jetzt gibt es eine Nation in Europa, die sagt, ist mir egal, was ihr sagt, wir probieren es. Und allein dieser Mut und diese Entschlossenheit zeigt, dass es eben doch Völker und Nationen gibt. Und jetzt muss man sich noch ganz nüchtern mal überlegen, natürlich waren die Engländer nicht so verwurzelt in der EU wie Deutschland, das muss man auch ganz nüchtern anerkennen. Die Engländer haben, und ich habe englische Freunde, die mir das immer wieder bestätigen, die Engländer haben ja traditionell extrem gute Beziehungen in den USA und auch über den ganzen Commonwealth. Im Prinzip haben die ihren Rucksack des Kolonialreichs nie abgelegt. Die haben enge Bindungen. Das heißt, wenn es eine Nation schafft, mit guten Voraussetzungen aus dieser EU rauszukommen, dann ist es natürlich Großbritannien. Das heißt also, die Ergebnisse, ob der Brexit jetzt gut ausgeht oder nicht für die Engländer, sind nicht eins zu eins übertragbar auf Deutschland. Das muss man ganz nüchtern auch so sagen, weil England eben andere Voraussetzungen hat. Aber es ist ein Experiment und ich finde es immer wichtig zu wissen, ob etwas möglich wäre. Und dann, wenn wir sehen, wie dieses Experiment ausgeht, dann können wir hier in diesem Land uns angucken, ob wir mit der Jetzt- oder mit der Ist-Situation zufrieden sind oder ob wir das positive oder negative Ergebnis Englands auf uns übertragen wollen. Und das bringt uns als Deutschland auf jeden Fall weiter, weil wir gerne mit dem Ergebnis, egal wie es ausgeht, die Entscheidung, wie wir mit der Europäischen Union und den, du weißt es ganz genau, nicht immer demokratischen Verhältnissen der Europäischen Union, wie wir mit denen umgehen, das werden wir daran viel besser bewerten können, als wenn wir heute in der Situation stehen, in ein unbekanntes Gewässer zu springen. Das heißt, der Brexit hilft uns bei der Entscheidung, ob wir aus der EU rausgehen. Ich persönlich glaube, das möchte ich auch hinzufügen, dass der Brexit eine Fliehkraftbewegung in der Europäischen Union auslösen wird, wenn er positiv ist. Und dass diese Fliehkraftbewegung nicht zu der Frage führen wird, ob die EU weiter existiert, sondern nur noch die Frage sein wird, wie lange existiert diese EU. Ich will das jetzt, ich will das aber nicht, ich will das aber nicht zu positiv darstellen, weil es ist tatsächlich so und auch die AfD hat nicht die Position, wir wollen raus um jeden Preis. Wir haben das auch immer gesagt, ein Dexit um des Dexits willen, um jeden Preis, den wollen wir nicht. Wir wollen aber auch keine EU um jeden Preis. Wir wollen eine EU zu unseren, für unser Land zielführenden Konditionen, eine rationale EU. Und das halte ich für den wichtigsten Punkt, diese Diskussion. Zu welchem Preis bin ich bereit, in der EU zu sein und die Rahmenbedingungen der EU zu akzeptieren? Diese Diskussion wird durch den Brexit eingeleitet, ernsthaft eingeleitet und die ist wichtig für die Selbstbestimmung und die Demokratie in Europa, weil die wird nämlich eine völlig veränderte Betrachtung der EU herbeiführen. Und das ist positiv und deshalb freue ich mich darüber, dass es dieses Experiment gibt. Hier würde ich gerne draufsatteln, weil das wirklich sehr schön ist, was der Dirk gesagt hat. Ich hatte heute das Vergnügen, ich möchte dir endlich mal richtig zustimmen, mache ich ja zu oft. Wenn du nichts gegen Baden-Württemberg sagst, kannst du das auch weiter tun. Ja, mache ich auch. Es ist ein bisschen erschreckend, wir sind zu oft einer Meinung. Aber ich hatte heute das Vergnügen, im Auto zum Flughafen mit einem englischen Abgeordneten der Lib Dems drin zu haben, das sind die großen gegen Brexit, die am klarsten für Remain waren. Und ich habe ihm gesagt, naja, beim Brexit ist es so, das kann ein Erfolg werden, das kann kein Erfolg werden. Und die Engländer sind oft keine verbotenen Ideologen, sondern sind Kaufleute. Und er sagt, du hast recht, das kann ein Erfolg werden. Und dann sagte ich, ich glaube, es wird ein Erfolg, weil jetzt natürlich Johnson wird jetzt sofort Handelsverträge abschließen, nicht nur mit der EU, sondern mit den Vereinigten Staaten, mit Indien, mit China, mit dem Commonwealth. Und er wird so gute Bedingungen rausschinden, dass die gesamte weltwirtschaftliche Dynamik, die wir haben, der Aufstieg Chinas, die Entwicklung in Indien, das sind ja unglaublich dynamische Prozesse. Ja, während wir über Kohlendioxid und Fahrverbote reden, bauen die mal so locker ein Hochgeschwindigkeitsbahnnetz. Und davon will man ja profitieren. Und dann sagte er mir, gebe ich absolut recht, er selbst sagt, wenn wir als EU mit Indien einen Handelsvertrag schließen könnten, könnten wir das Handelsvolumen beidseitig mindestens verdoppeln. Mit dem Vorschlag ist er zur Kommission gegangen und die hat ihm gesagt, wir werden aber mit Indien keinen Handelsvertrag abschließen, weil die haben einen zu hohen CO2-Ausstoß. Jetzt kommt die Ideologiebremse. Jetzt habe ich ihm gesagt, ja, glauben Sie denn, dass Johnson sich um den CO2-Ausstoß von Indien Gedanken macht, wenn er für seinen Brexit einen Erfolg produzieren will? Da musst du sagen, natürlich nicht. Ja, klar. Das heißt also, die Frage ist doch, wird England, das jetzt wahrscheinlich sehr pragmatisch, sehr englisch, raubeinig, mit dem alten Gen der Piraten-Nationen sich an Handelsverträge machen wird, wird dieses Land, das sich selbst verwaltet und an sich wieder glaubt, besser rauskommen auf die lange Zeit, wenn Sie nach zehn Jahren schauen, als ein überregulierter Moloch auf dem Kontinent, der sich Gedanken darüber macht, ob man Handelsverträge schließen darf, wenn die CO2-Bilanz nicht stimmt. Das heißt, es müsste in England mit dem Teufel zugehen, dass die sich nicht ökonomisch und damit auch technisch und vom Selbstbewusstsein her freischwimmen, denn eine Nation, die sich entwickelt, die Wachstum produziert, die ist in der Regel mit sich zufrieden und ist selbstbewusst und da geht es also ganz gut zur Sache, das wissen die Ingenieure hier im Autobauerland. Und genau deshalb ist es wichtig, weil uns mit England jetzt ein Beispiel zur Verfügung steht. Ich gebe dir allerdings in einem Punkt, muss ich doch etwas Wasser in den Wein kippen, wenn der Brexit scheitert. Da haben wir ein Problem. Das haben wir auch gesagt. Da haben wir ein Problem. Also insofern, wir wünschen den Engländern schon deshalb alles Gute, damit unsere Argumente nicht widerlegt werden, aber ich bin sehr optimistisch, dass die Engländer das sehr gut hinbekommen und dass wir dann neue Argumente bekommen, endlich Lust zu haben. Einen Satz möchte ich noch dazu sagen. Okay, einen Satz. Einen Satz. Und wenn der Brexit scheitert, dann haben wir wenigstens nicht die Probleme an der Backe. Gut. So kann man es auch sehen. Da würde ich jetzt widersprechen, weil für das Schlechte ist die AfD immer zuständig. Dirk, du hast es ein Experiment genannt und hast gesagt, wir können uns den Ausgang von diesem Experiment ansehen und dann schauen, ob wir das für Deutschland adaptieren möchten oder nicht. Jetzt würde ich gerne den Finanzexperten dazu befragen, was erwarten Sie in Bezug auf die Entwicklung Großbritanniens im Vergleich zum Wirtschaftsraum EU? Das ist so ein bisschen vorweggenommen, aber lassen wir Herrn Senzen dazu auch nochmal. Erstmal muss ich mal da auf die Engländer eingehen. Engländer sind Engländer, Waliser sind Waliser und Schotten sind Schotten und die Iren und Nordiren sind nochmal was anderes. Das heißt, die haben ihre Unterschiedlichkeit auch viel besser gepflegt als wir. Muss man mal ganz klar sagen. Piraten waren sie immer, weil sie haben eigentlich immer mehr oder weniger den Mehrwert von anderen geholt, aber sie waren immer Merkantilisten, eine Handelsnation. So wie übrigens die Holländer, die jetzt zum neuen Korrektiv innerhalb der, oder die Niederländer, die zum neuen Korrektiv wahrscheinlich sich aufschwingen werden, auch merkantilistisch denken. Und die alten Verbindungen, die ja eigentlich bei uns nur familiär bestehen, weil fast 60 Millionen der USA-Bürger haben, US-Bürger haben deutsche Wurzeln. Da erinnern sie sich ja auch immer bei Sauerkraut, was mich eigentlich aufregt und Lederhosen, weil nicht alle Deutschen tragen Lederhosen und nicht alle essen Sauerkraut. Aber das nur am Rande. Es war schon eine längere Diskussion in Großbritannien darüber, ob ein Brexit ein Erfolgsmodell werden soll. Und da haben ganze Volkswirtschaftsscharen darüber nachgedacht und es gab zwei Lager, die einen sagen, ja, es wird ein Erfolg. Der Name gesagt, es wird kein Erfolg. Wir wurden hier mehr oder weniger mit einem Szenario konfrontiert, die heißt, das wird ein Misserfolg. Das wird das größte Fiasko für die Briten werden, weil das geht nicht. Aber wenn Sie die Presse aufmerksam beobachten, aber auch die Äußerung von unserer Bundeskanzlerin, die jetzt plötzlich davon ausgeht, wird, dass es dann unter Umständen zu Wettbewerbssituationen kommt innerhalb des alten europäischen Marktes, zeigt Ihnen schon auf, dass es dann doch anders gesehen wird, innenpolitisch und auch außenpolitisch, wie das Szenario eintritt. Ich glaube ganz fest daran, dass die Engländer ja zwei oder die Briten eigentlich zwei gute Dinge getan haben. Sie haben sich eine relative Unabhängigkeit bewahrt, auch in der EU. Sie waren immer kritisch. Das andere, Sie haben sich Ihre Währung bewahrt. Sie haben sich Ihre Währung bewahrt. Und über Ihre Währung können Sie jederzeit, jederzeit können Sie Ihren Markt fördern. Das gelingt uns nicht mehr, weil wir haben im Verhältnis zu unserer Umgebungstemperatur, den Südländern, haben wir eine viel zu weiche Währung. Das sehen Sie auch in der Entwicklung der Schweiz. Die Schweiz, die ja wirklich keine Handelsnation im ureigenen Sinne ist, die eigentlich davon partizipiert hat, dass sie als Hotspot, als Magnet für Kapital agiert haben, von den 1900er Jahren bis heute und dort sehr viele Unternehmen angesiedelt haben, übrigens auch sehr viele Deutsche, die haben es dort geschafft, sich praktisch zu verankern in der Gesellschaft und bringen Innovationen hervor. Und trotz einer vielfach teureren Währung sind Sie in der Lage, im Wettbewerb standzuhalten. Das ist der Unterschied. Das heißt, wir können nicht mehr das Korrektiv nehmen der Währungssteuerung, sondern das machen andere von uns. Und die machen unsere Währung noch billiger. Und wenn die Lagarde mal im Amt eingeführt ist, wird sie das tun, was sie schon immer gemacht hat. Sie agiert über eine billige Währung und wird die noch weiter runterziehen. Das ist ein Problem. Und jetzt denken Sie mal an die vielen Sparer. Die vielen Sparer und das Sparen war immer der Zins, war immer das Korrektiv im Finanzmarkt. Schon immer war der Zins das Korrektiv. Manche von Ihnen werden sich erinnern, dass Sie schon von 10% Zinsen runtergefallen sind auf null. Dieses Korrektiv ist weg. Das wird zu einer allgemeinen Verarmut der Sparerführer und zu einer Unterversorgung. Ich persönlich glaube stark daran, dass die Engländer, sprich die Briten, das sind ja nun mal die Mehrheit dieser Bevölkerung, dass sie Erfolg haben werden. Und das wird uns dazu zwingen, gegenzusteuern. Und zwar auf demokratischen Wege. Denn das, was wir hier vor Ort, nämlich unseren Haus und Hof selbst in Ordnung halten können, gehört auch hier. Nämlich unsere Interessen wahrzunehmen, das, was wir nicht können, das geben wir an die nächste politische Ebene. Nichts weiter. Deshalb, meine Prognose ist nicht so skeptisch. Ich sehe das zwar auch ein bisschen als Experiment an, aber das wird, sagen wir mal, wie im Labor, wird das ein Korrektiv sein, wird das politische Handlung in Europa. Ja gut, die EZB und die Politik, die Christine Lagarde da in Zukunft betreiben wird, werden wir uns vielleicht später noch ein bisschen anschauen. Ich würde jetzt ganz gerne noch mal zurückschauen auf die verbleibenden EU-Länder und die Folgen, die der Brexit jetzt für die EU hat. Und zwar hat Großbritannien in der Vergangenheit etwa 12 Prozent des EU-Budgets finanziert, ist für 12 Prozent aufgekommen. Und damit wir mal ein paar Zahlen im Kopf haben, über was für Werte wir hier sprechen, der Haushalt der EU schlägt mit insgesamt etwa 160 Milliarden Euro zu Buche. Also eine Milliarde sind 1.000 Millionen, also 160.000 Millionen Euro. Und zwei relativ schwammig formulierte Bereiche machen 75 Prozent dieses Finanzbedarfs aus. Und diese beiden Bereiche heißen intelligentes und integratives Wachstum und nachhaltiges Wachstum, natürliche Ressourcen. In diese beiden Bereiche, unter denen sich kein Mensch was Richtiges vorstellen kann, gehen 120 Millionen Euro. Aber ich möchte noch mal, ich möchte dazu jetzt eine Frage stellen, und zwar, wenn diese 12 Prozent des EU-Budgets fehlen, beziehungsweise wenn ein Mitgliedsland auch keine Kosten mehr produziert, ich traue mich gar nicht, die Frage zu stellen, wird das billiger durch den Austritt der Briten? Also das ist ja ein Trugschluss. Das ist eine lustige Frage. Das ist ein Trugschluss, weil Sie müssen sich vorstellen, der Gesamthaushalt bleibt bestehen, der verändert sich. Nein, sowas. Und der Gesamthaushalt muss allerdings finanziert werden. Und wir kennen ja Frau Merkel, die eine Auslandsreise macht, bringt sie immer Geld mit. Das hat er schon bei Beginn angefangen, bei Beginn ihrer Amtszeit hat sie aber schon mal zwei Milliarden nach Brüssel mitgenommen. Und so war sie dann jetzt auch freimütig und hat gesagt, wir decken 25 Prozent des Haushalts dann ab. Das heißt, für Baden-Württemberg ungefähr, wir können uns vorbereiten, nicht auf 3,37 Milliarden Euro, die wir an die EU abliefern, sondern wir dürfen zukünftig wahrscheinlich vier oder fünf Milliarden abliefern, weil noch sind wir ja einigermaßen erfolgreich. Unser Bruttoinlandsprodukt für die Leute liegt also über dem Bruttoinlandsprodukt der Österreicher und der Ungarn. Das muss ich mal vorstellen. Wir sind klein, aber wir haben elf Millionen Menschen. Die sieben Millionen Österreicher ist ja eigentlich eine Nation, zwar respektiert, aber eigentlich verhältnismäßig klein gegen unsere Volkswirtschaft. Das heißt, wir sind als Land doppelt gefesselt, einmal über den Bund, einmal über den Bund, du bist ja unser Vertreter und das machst du sicherlich auch gut, weil wir nicht direkt insistieren können. Unsere EU-Abgeordneten von den anderen Parteien sind aus meiner Sicht Totalversager, weil sie nicht in der Lage sind, sich kollektiv im Interesse ihres Herkunftslandes zusammenzuschließen. Ich mache Ihnen ein Beispiel. Ich selber, ich bin in der Bodenseekonferenz und ich habe das Vergnügen, dann immer dort praktisch mehr oder weniger auch die Standpunkte der Deutschen zu vertreten, weil wir sind ja als Sauschwaben, das sind wir ja alle, sind wir ja dort vertreten und ich versuche dann mit meinen Kollegen im Vorfeld immer mal einen Konsens herzustellen. Also wir gehen mit einem Konzept hinaus, weil wir haben ja dort auch Dinge zu repräsentieren, die sich einheitlich darstellen sollten. Es ist mir in vier Jahren nicht einmal gelungen, im Vorfeld einer solchen Konferenz eine Zusammenkunft zu erreichen, während die Schweizer mir gegenüber geschlossen auftreten, egal von welcher Partei, egal von welcher Partei. Deshalb sage ich auch, neben diesen ganzen europäischen Themen ist es unbedingt wichtig, dass wir wieder uns zurückbesinnen auf unsere eigene Herkunft, Familie, Region, Land, Nation. Dass wir die Interessen konzentriert, unsere eigenen Interessen wahrnehmen und die auch verteidigen. Und dazu gehört, und das sage ich auch so offen, ein gesunder Egoismus. Ein gesunder Egoismus. Was Sie gerade gesagt haben, dass Politiker innerhalb Deutschlands und zugehörig den anderen Parteien sich nicht in der Lage sehen, sich mit der AfD an einen Tisch zu setzen oder mit uns ein gescheites Gespräch zu führen, das beklagt übrigens auch eine Zuschauerin hier aus dem Saal. Die Altparteien sind bis jetzt nicht einmal im Stande, sich mit der AfD an einen runden Tisch zu setzen, steht hier auf der Karte. Und da würde ich ganz gerne Sie fragen, Herr Krah, ist das in Europa anders? Ist das in der EU, im Europäischen Parlament? Gott, ich darf nicht Europa sein. Ist es da anders? Es ist zumindest insofern nett, dass die Politiker der anderen Gruppen, wenn sie nicht Deutsche sind, mit uns reden. Also das Problem haben wir mit den Kollegen. Aber unter den deutschen Parlamentariern ist es so. Unter den deutschen ist es ganz klar, da geht man uns, wenn es so weit möglich, aus dem Weg, es sei denn, man hat noch irgendwie alte Bekanntschaften von vor der Politik, die man dann heimlich, wenn jemand zuguckt, ein bisschen pflegen kann. Aber wir führen natürlich, das muss man sagen, konstruktive Gespräche über die Fraktionsgrenzen hinaus bis in die Sozialdemokratie hinein mit den Vertretern anderer Länder. Bei Grünen und Linken ist es natürlich hoffnungslos, aber da habe ich jetzt auch nicht so großen Gesprächsbedarf, da würde ich sagen, vielleicht will ich auch mit denen einfach mal nicht reden, das soll es auch geben. Aber es gibt zumindest, ich glaube Sozialisten können, also wenn man jetzt nicht Frau Esken nimmt, können durchaus seriöse Menschen sein, da gibt es sehr anständige Leute, mit denen wir auch fachlich reden können. Das ist mit den Deutschen unheimlich aufgehetzt und es ist tatsächlich auch der Unterschied, wenn wir die Italiener sehen zum Beispiel, die stimmen sich ab. Also bei Personalentscheidungen stimmen auch unsere Italiener von der Lega, wenn es nicht wirklich gerade ein Linksextrem ist, ist konsequent für den italienischen Kandidaten, selbst wenn jetzt zum Beispiel der estnische Kandidat oder der holländische Kandidat eigentlich der besser qualifizierte und uns politisch näherstehende ist. Das ist genau der gesunde Egoismus, von dem Emil Sense sprach. Da haben wir das, ich glaube allein, das Ansinnen würde ein deutscher Kollege in der Regel nicht verstehen, weil sie davon ausgehen müssen, dass die alle nochmal eine Spur links versetzt sind, sobald sie in Brüssel aufschlagen. Also was ich da von FDP-Leuten und CDU-Leuten höre, also ich bin bekanntlich kein Fan der CDU und der FDP, aber das tut selbst den hiesigen Parteien noch unrecht, was dort, also der Standard eines CDU-Abgeordneten ist, ich bin ein europäischer Föderalist. Dass die CDU in Deutschland die europäischen Bundesstaat im Programm hat, wäre mir neu. Das ist dort der Regelfall. Und die FDP klingt wie hier ein Grüner. Das ist die Wahrheit und gut, die Sozialdemokratie ist eher auf dem Weg zur Sekte. Also das am Rande. Wir haben diese Abstimmung. Ja, ich hätte da auch ein aktuelles Beispiel anzubringen. Und zwar hatten wir vor ein paar Wochen eine Ausschussreise nach Dänemark, also als Ausschuss des Landtages für Soziales und Integration. Und wir waren, also alle Parteien sind ja da vertreten und wir waren dann auch im dänischen Parlament und auch dort waren aus allen Parteien Vertreter anwesend und wir haben eigentlich über die restriktive Integrations- oder eben auch Nicht-Integrationspolitik der Dänen geredet. Und interessanterweise hat da der dänische Vorsitzende des Ausschusses eigentlich alle Positionen zur Migration oder zur Behandlung mit der Migration vorgetragen, die wir als AfD vertreten. Das ist ein Sozialdemokrat, das muss man sagen. Und interessanterweise sind die sich parteiübergreifend in dem Punkt alle einig. Man hat uns gesagt, dort die erste Frage, die jeder bekommt, der jetzt einen Asylantrag stellt, ist die, ob er wieder zurück möchte. Und wenn er das bejaht, dann bekommt er sogar relativ große finanzielle Unterstützung. Ich wollte damit nur sagen, also in anderen Ländern wird auch dort bei bestimmten Themen parteiübergreifend agiert. Und daran sollten wir uns wirklich in Deutschland, beziehungsweise nicht ja wir, aber die anderen Parteien tatsächlich mal erinnern. Denn alle, alle Abgeordneten sind als Vertreter des Volkes gewählt und sollen dort Interessen des Volkes, ihre Wähler vertreten. Und das geht nur Das kann man definitiv nur ehrlich und glaubwürdig, wenn man nach den Inhalten schaut und nicht danach, von welcher Partei der Vorschlag kam. Also ich wollte damit nur sagen, also auch in anderen Ländern wird das tatsächlich so praktiziert, dass man eben auch gemeinschaftlich, parteiübergreifend für die Interessen des Volkes sich zusammentut und zusammenarbeitet. Also das war eine interessante Erfahrung und Sie können sich vorstellen, welche Gesichter dann die anderen Kollegen von uns gemacht haben. Also wenn Sie das vorher gewusst hätten, Die stellen wir uns gerne vor. Wenn Sie das vorher gewusst hätten, was wir dort zu hören bekommen, hätten Sie die Ausschussreise mit Sicherheit nicht nach Dänemark gemacht. Zu dem, was du gerade sagst, passt eine Frage hier aus dem Publikum, die mir der Herr Dr. Gerdes freundlicherweise hochgebracht hat. Ist es möglich, die Kindergeldzahlungen an die Drittstaaten einzustellen oder anzupassen an die dortigen Wirtschaftsverhältnisse? Das ist ja eine... Und was ist diesbezüglich im Prozess oder bereits geschehen? Vielleicht kann jemand die Frage beantworten. Ich kann da was dazu sagen. Also wir haben das mal evaluiert und haben mal diese Lebensverhältnisse dann in den Durchschnittseinkommen zum Beispiel. In Rumänien ist es irgendwo bei 275 Euro. Jetzt müssen Sie sich vorstellen, der kriegt hier meinetwegen 170 Euro oder 190 Euro Kindergeld. Das könnte ja dann fast zum Geschäftsmodell werden. Der hat dann plötzlich so viele Kinder, dass es da Transferzahlungen gibt nach Rumänien. Da ist es nur schwer verständlich, wenn man die abschneidet. Aber in der Tat gibt es ja Bewegungen in diese Richtung. Das wäre aber Bundesgesetzgebung und Europagesetzgebung. Das heißt, uns als Vertreter des Landes sind da die Hände gebunden, weil wir dort auch wieder im Bereich der konkurrierenden Gesetzgebung sind. Das heißt, dem Land wurde Gesetzgebung genommen in der Vergangenheit und es wurde an den Bundesstaat transferiert. Der Bundesstaat hat es dann jahrzehntelang einigermaßen zum Wohlgefallen der Gesamtbevölkerung getan. Aber in der Zwischenzeit haben wir mehr oder weniger so einen Sozialtransfer in Länder mit anderen Lebensstandards. Und gerade dort in den Ländern, wo es dann auch eine andere Währung gibt, sind die Währungsgewinne natürlich enorm hoch, weil ein Kind mit 190 Euro hier Kindergeld im Monat und das bei drei, vier Kindern ist in der Lage, eine ganze Familie zu ernähren. Und dann, sagen wir mal, das sollte man ja nicht sagen, ist die Fortpflanzungsfreudigkeit vielleicht erst mal angetrieben, vielleicht nicht aktiv, aber auf dem Papier, zumal es ja in diesen Ländern auch viel leichter gelingt, sich Kinder über gewisse Backschusszahlen auch zu ein Wort zu holen. Also es ist ein Thema bei uns, aber wir brauchen dazu den Bund und wir brauchen vor allen Dingen in dem Fall wahrscheinlich die Regierung, weil das über mehr oder weniger über die Regierung selbst gehen wird, weil wir haben ja, sagen wir mal, ein kastriertes Parlament im doppelten Hinsicht. Erstens mal ist es nicht proportional vertreten in diesem Parlament, das heißt, wir armen Deutschen mit der größten Beförderungszahl sind dort nur vertreten mit wenigen Parlamentariern, die dann auch noch intern zerstritten sind und sich nicht eilen können und auf der anderen Seite hat es gar keine Befugnis in diesem Bereich. Wir können darüber diskutieren und sonst nichts. Ja, das ist ein Bundesthema, das wird in der Bundestagsfraktion diskutiert, unsere Position können Sie sich denken, wir sind natürlich dagegen, dass diese Transferzahlungen in der heutigen Form erhalten bleiben, das heißt, wir wollen genau diese Anpassung, man muss sich überhaupt überlegen, warum mache ich überhaupt eine Transferzahlung, weil das ist ja eine Sozialleistung, die ich eigentlich erbringe, um hier in diesem Land die Lebensverhältnisse einer Familie zu optimieren. Da kann man generell zu sagen, wie können wir das verändern, das kann mir hier aus dem Publikum, das kann ich Ihnen sagen, wie wir das verändern können. Wir haben zwei Möglichkeiten, die eine Möglichkeit ist, durch Anträge ein Klima, eine Stimmung zu schaffen in diesem Land, die das kritisch hinterfragt und das ist momentan unsere Aufgabe und die andere Möglichkeit ist es, in den Parlamenten, wo wir vertreten sind, Land, Bund, entsprechende Mehrheiten zu generieren, dass wir an die Regierung kommen und da bin ich auch ganz optimistisch, da bin ich ganz optimistisch, wir müssen nicht in Europa alle Leute von unserer Position überzeugen, es würde vollkommen reichen, wenn wir eine Bundesregierung haben, die bei Verhandlungen beinhart deutsche Interessen durchsetzt und dann werden wir, wir werden nicht überall, das werden Sie nie erreichen bei Verhandlungen, Sie werden niemals alles, was Sie wollen, erreichen können, aber es wäre schön, wenn man erkennen könnte auf europäischer Ebene, dass wir überhaupt in einem gewissen Maßstab deutsche Interessen durchsetzen und das sind dann eben nicht irgendwelche Werte, die wir eben gehört haben, es ist kein deutsches Interesse, das in Europa oder in der Welt Gleichstellung herrscht, es ist kein deutsches Interesse, dass Inklusion in der Welt oder in Europa herrscht, die deutschen Interessen sind keine universellen Interessen, die deutschen Interessen sind gerade die Interessen, die das Wohl der Bürger in diesem Land betrifft und da muss man egoistisch sein, das sind eben andere Länder viel weiter als wir und das ist auch das Ergebnis, was man in der europäischen Politik sieht, ich kann das in der Verkehrspolitik sagen, da kommen wir gleich noch dazu, vielleicht eine Anmerkung noch, was mich mindestens in der gleichen Ebene auch noch umtreibt, ist das deutsch-türkische Gesundheitsabkommen. Seit den 65er Jahren hat man das eingeführt, um überhaupt eine Anwerbung aus der Türkei möglich zu machen, weil der türkische Staat mit Rechtberechtigung gesagt hat, wenn ihr uns Bevölkerung abbringt, dann haben wir ein Problem mit den Zurückgebliebenen. Aber es ist auch eine Ungeheuerlichkeit, dass eben dieses Gesundheitsabkommen auch Berücksichtigung findet bei Schwiegereltern, bei Großeltern etc. pp. Also ich kann mich nicht erinnern, dass Ihre Krankenkasse für Ihre Eltern eintritt, nicht, sondern da müssen Sie schon was selbst davon tun. Und das gehört beendet. Das ist gegen das deutsche Interesse. Wir haben versucht, in diesem Bereich Zahlen zu evaluieren. Beim Landesparlament, wir sind dafür nicht zuständig. Obwohl die AOKs ja eigentlich dort beteiligt sind und Auskunft geben müssten. Wir sind nicht zuständig. Beim Bund, ich glaube, das ist das Gleiche. Da gab es ja auch eine Aktivität. Keine Chance. Das wird aber, wie gesagt, wie aus den Mitte der 60er Jahren weitergeführt, wahrscheinlich bis in die Ewigkeit. Und das erinnert doch so sehr an die Sektsteuer, die mal für unsere Marine ausgegeben wurden zur Kaiserszeit. Einmal eingeführt, immer eingeführt und es wird nicht zurückgeführt. Und das ist unser Schicksal aller. Das heißt, von Ihren 100% Einkommen werden wir über kurz oder lang froh sein, wenn wir noch 40% von uns selbst behalten dürfen. Ja, das ist ein deutsches Schicksal, würde ich sagen. Ich würde ganz gerne ein bisschen zurück zum eigentlichen Thema, nämlich zur EU. Und ich möchte darüber sprechen, welche Nachteile die EU auch Mitgliedstaaten gegenüber mit sich bringt im Vergleich zu Ländern außerhalb des Wirtschaftsraums. Das ist eine Frage an dich, Christina. Kannst du da ein konkretes Beispiel mal nennen für Nachteile, die der Wirtschaftsraum erleidet im Vergleich zu Nicht-EU-Ländern? Ja, das ist jetzt sehr aktuell, denn im Mai diesen Jahres tritt die neue Medizinprodukte-Verordnung in Kraft. Medizinprodukte sind Produkte, die also im medizinischen Bereich und am Menschen Anwendung finden. Es gibt ungefähr 500.000 Medizinprodukte im europäischen Binnenmarkt. Das sind zum Beispiel Implantate, Röntgengeräte, Dentalgeräte, Infusionen, aber auch Software gehört dazu. Es wurde jetzt eingeführt von der EU über diese Verordnung, dass diese ganzen Produkte neu zertifiziert werden müssen. Also es werden bestimmte Anforderungen an diese Produkte gestellt und die werden zertifiziert bei bestimmten Stellen, die von der EU vorgegeben werden. Auch Produkte, die schon seit Jahrzehnten auf dem Markt sind, müssen neu zertifiziert werden. Gilt es auch für Produkte, die außerhalb der EU eingeführt werden? Müssen die auch zertifiziert werden? Alle Produkte innerhalb der EU müssen zertifiziert sein. Die Produkte, die im europäischen Binnenmarkt unterwegs sind, aber Produkte aus Amerika werden dann auch zertifiziert in Europa? Da bin ich jetzt überfragt. Das kann ich dir jetzt gar nicht sagen. Die werden auch zertifiziert. Es steht fest, dass kein Produkt ab Mai diesen Jahres mehr auf den Markt kommt, das nicht kommen darf und nicht mehr da sein darf, das nicht zertifiziert ist. Und das führt natürlich bei einigen Betrieben, gerade wieder bei kleineren Betrieben, dazu, dass sich dann die Herstellung überhaupt nicht mehr und der Vertrieb gar nicht mehr rentiert, weil die Kosten für die Zertifizierung so hoch sind. Aber das heißt also, es wird zu Betriebsschließungen kommen, es wird sogar zu Arbeitsplatzabbau kommen und letzten Endes auch zur Verringerung von Steuereinnahmen. Und auch zur Verkleinerung des Sortiments im Medizinproduktbereich. Genau, das wollte ich gerade sagen und das ist genau das, was nämlich die Gefährlichkeit ausmacht, ganz genau. Es werden einfach bestimmte Produkte dann für uns nicht mehr zur Verfügung stehen. Und gerade im Bereich des Gesundheitswesens kann das natürlich dramatisch sein. Wir haben ja neulich erst die Situation, dass verschiedene Medikamente nicht mehr zur Verfügung standen. Das muss man sich mal vorstellen. Wir begeben uns auf das Niveau von einem Entwicklungsland. Das ist einfach auch die Folge davon, weil die ganze Medikamentenproduktion ins Ausland verlagert wurde. Und hier macht man wieder durch künstliche Vorschriften vollkommen an den Bürger vorbei Gesetze oder Verordnungen, die dann letzten Endes unsere ganze Wirtschaft, aber eben in dem Fall sogar die Gesundheit unserer Menschen betreffen wird. Aber selbst die Betriebe, die eben das sich leisten können und eine Zertifizierung vornehmen wollen, stoßen an Grenzen. Das ist das Irrsinnige dabei überhaupt, weil es einfach nicht genug Stellen gibt, die zertifizieren. Und die Hauptstellen, die man dafür vorgesehen hat oder die geschaffen wurden bisher, die befinden sich in Großbritannien. Das muss man sich mal vorstellen. Das heißt, die EU unterhält also bald außerhalb der EU Zertifizierungsstellen für die Medizinprodukte. Das ist großartig. Ein typisches Beispiel für den Irrsinn innerhalb der EU und die negativen Auswirkungen auf die Länder. Also ich glaube, die Briten werden sich freuen, wenn sie diese Verordnung nicht umsetzen müssen. Ja, aber wir freuen uns nicht, weil in unserer Region sind sehr viele medizintechnische Unternehmen und gerade im Kreis Duttlingen haben wir ja viele kleine Unternehmen, die jahrzehntelang auch Innovatoren waren. Wenn sie jetzt mit Regulativen überschüttet werden, die in die Innovationskraft nehmen, verlieren wir nicht nur wirklich Innovation im Markt, sondern wir verlieren auch Arbeitgeber in diesem Bereich. Das heißt, das hat enorme Auswirkungen für unseren ländlichen Raum hier. Das heißt, wir werden ausgewirkt. Jetzt nehme ich an, dass manche Unternehmen groß genug sind, das auszuhalten, aber ich sage nur eins, ein Teil, das die Banken umgebracht haben, war die Regulative. Immer mehr Kosten, immer mehr Regeln, immer weniger Geschäft und immer mehr Auflagen. Hat es Ihnen was gebracht? Nein, hatte ich nicht gebracht. Sie kriegen dann meinetwegen ein Zertifikat vorgelesen, dürfen auch noch unterschreiben, was Sie gemacht haben, dann ist es so wie beim Internet, Sie kreuzen an, sonst kommen Sie nicht weiter, aber niemand liest das Ding. Also, es bringt nichts. Und das sind die Dinge, die wir eigentlich grundsätzlich ablehnen. Das heißt, die Amerikaner sagen immer, keep it simple und da ist was dran. und etwas wieder auf ein normales Ebene, das verständliche Ebene zurückzuhalten, das ist in unserer Gesellschaft mehr als notwendig. Es ist, weil wir nach den wirtschaftlichen Erfolgen der EU fragen, eine der Geschichten ist ja immer, es sei ein Raum des Wohlstandes. Die traurige Wahrheit ist, von allen ökonomischen Großräumen, die wir haben, Nordamerika, Indien, China, Europäischen Union, ist die Europäische Union konstant die mit dem niedrigsten Wirtschaftswachstum und sie ist auch am innovationsschwächsten. Ich kann da mal die Frage in den Raum stellen, wer von Ihnen hat ein Smartphone, das in der EU hergestellt wurde. Also das wird ein sehr altes sein. Das heißt, wir haben keine Innovationen mehr. Sie sehen das im Übrigen auch, wenn Sie mal den deutschen Aktienindex vergleichen mit dem Dow Jones. Die Amerikaner haben in der Regel sehr junge Unternehmen drin, Facebook, Apple ist schon etwas älter, Google, Amazon. Mit Ausnahme von SAP aus Baden-Württemberg haben wir ausschließlich Technologie drin, die im Wesentlichen aus der Kaiserzeit kommt. Sie sehen es jetzt bei weiteren technischen Innovationen, wenn Sie den nächsten Mobilfunkstandard nehmen, haben wir kein Unternehmen aus Deutschland mehr, das imstande ist, auch nur das Equipment, auch nur teilweise davon zu liefern. Gut, da können wir nochmal extra diskutieren, aber die großen Spieler sind halt andere. Das Versprechen, wir seien ein Raum des Wohlstandes und des Wachstums und der Innovation ist eben leider nur ein Versprechen und wenn Sie jetzt sehen, dass drei Billionen, das sind 3000 Milliarden Euro für einen New Green Deal aufgewendet werden sollen, also letztlich für Hokus Pokus, dann wissen Sie, dass auch da nicht die Schlüsseltechnologien der Zukunft rauskommen werden. Das, was uns hier reich gemacht hat und was dieses Land Baden-Württemberg zu einem letztlich der prosperierendsten und in der Tat sehr schönen Industriestandorten gemacht hat, ist ja die Innovationskraft gewesen. Gottlieb Daimler hat eben etwas Weltrevolutionäres erfunden, aber der heutige Gottlieb Daimler würde letztlich schon, er würde scheitern an der Bürokratie und er würde scheitern an den regulatorischen Voraussetzungen und im Zweifelsfall würde er halt lieber Beamter werden oder irgendwas mit Medien machen. Daraus kann man kein Land aufbauen. Und insofern ist das Erste, was wir sagen müssen, geben Sie Freiheit. Die Freiheit, sein Leben in die eigenen Hände zu nehmen und loszulegen. Und ich sage das auch, man sagt immer und gerade die Osteuropäer sagen natürlich oft, die EU ist gut, weil wir viel Geld bekommen. Man muss das ja auch verstehen und jetzt kein unsympathischer Herr nehmen, aber nehmen Sie ein Beispiel. Wenn man in Rumänien heute ein Feuerwehrhaus bauen will oder ein Clubhaus, dann muss das nach EU-Vorschriften erfolgen und muss europaweit ausgeschrieben werden. Dann reichen Sie das ein, dann muss es zertifiziert werden und am Ende kriegen Sie halt Fördergeld dafür und dann steht da ein großes Schild, hier baut mit Fördermitteln der EU der rumänische Landkreis XY. Wissen Sie, wenn die das auf altbewährte Weise machen würden, dass sie sich da ein Holzhaus bauen aus ihrem lokalen Stoff, in ihrem lokalen Baustil, hätten die mit eigener Kraft ihr eigenes Feuerwehrclubhaus und im Zweifelsfall wäre es sogar schöner und es würde ein Drittel kosten. Auch das ist etwas, was wir natürlich kommunizieren müssen. Natürlich baut die EU in den osteuropäischen Ländern viel, aber es führt zu einer unheimlichen Kostenexplosion und zu einer unglaublichen Korruption. Mittlerweile kostet ein Kilometer elektrifizierte Eisenbahnstrecke in der Ost-Slowakei eine Million Euro. Ich kann mir nicht vorstellen, dass die Slowakei in der Vergangenheit für eine Million Euro ihre Streckennetz elektrifiziert hätte, dann gäbe es da nämlich keine elektrifizierten Strecken. Das heißt, dieser bürokratische Aufwand, der mit ganz viel sicher guten Gründen in der Mitte ersonnen wird, ich bin sicher, dass es auch für die Medizinzertifizierung tausend wohlfeile Gründe gibt. Da, wo es darauf ankommt, es umzusetzen, führt es zu nichts anderem als zu Kosten und zu Aufwand für unnötiges Zeug, was wir eigentlich brauchen, entweder um innovativ zu sein oder um einfach auch glücklich zu sein und diese Entkopplung von da, wo die Regelungen ersonnen werden und da, wo sie letztlich eingesetzt werden und die fehlende Rückkopplung, dass man dann da, wo man damit konfrontiert ist, denen dies ersinnt, auch einfach mal sagen kann, Leute, ihr habt doch einander Waffel. Das ist das Legitimationsproblem der Europäischen Union und deshalb müssen wir die Entscheidung wieder dahin zurückbringen, wo wir sie auskosten und dann wird es auch mit der Innovation und dem Wohlstand wieder etwas werden und entweder die EU begreift das, da habe ich bei Frau von der Leyen massive Bedenken und bei Frau Lagarde noch mehr oder 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 was ist die Alternative? Oder der Laden wird und zwar ganz ohne, dass wir von der allerbösesten Partei, die man sich vorstellen kann, von der AfD das befürworten, weil wir ja die Reform wollen, wir sind ja heute erstaunlich handzahm und konstruktiv. Ich habe etwas ganz anderes erwartet, als ich gehört habe, ich fahre nach Baden-Württemberg. Obwohl wir so unglaublich konstruktiv und reformorientiert sind, trotz unserer Bemühungen, Vernunft zu predigen, wird es dann an diesen Widersprüchen eben scheitern und ein unkontrolliertes Scheitern führt auch zu unkontrollierbaren Folgekosten und das Erstaunliche ist, dass wir die überhaupt nicht wollen. Wir wollen ja, dass es kontrolliert ist. Wir sind ja Konservative und als solche immer auch Spießer. Wir wollen ja, dass es ordentlich läuft, dass es berechnend läuft, dass es durchdacht ist, dass niemand leidet. Natürlich können wir uns die Implosion nicht wünschen, aber das, was jetzt kommt, immer neuer Unsinn, das 50. Geschlecht, die Toilette für die drei Toiletten, am besten wahrscheinlich dann am Ende Unisex. Nur noch eine. Nur noch eine. Einwanderung, die man nicht mehr kontrollieren darf. Ich meine, stellen Sie sich mal vor, statt Viktor Orbáns, schlecht, wahrscheinlich schlecht bezahlter Grenzpolizei, hätte 2015 eine hochgerüstete und gendermäßig geschulte EU-Grenzpolizei, die ungarische Grenze bewachen müssen. Hoffnungslos wäre es gewesen. Das heißt, an diesen Widersprüchen, die können Sie nicht ewig mittragen. Und entweder es gelingt uns, die wir hier Vernunft und Reform predigen, uns Gehör zu verschaffen, Optimismus stirbt zuletzt, aber der Realist weiß auch, es wird schwer, oder wir sollten uns langsam darauf einstellen, dass es eben unkontrolliert wird, dass gerade in den peripheren Ländern politische Kräfte die Oberheit gewinnen, die eben teilweise tatsächlich das sind, was man von uns als Lügen behauptet. Und das wollen wir nicht. Und insofern sage ich immer, wir sind die Guten und wir sind auch keine Eurofeinde und Euroskeptiker, sondern wir sind einfach Leute, die sagen, es gibt so etwas wie normale Vernunft, wie gesunden Menschenverstand, wie Anstand, es gibt so etwas wie Mathematik und Buchhaltung und wir erwarten, dass es eingehalten wird, weil die Folgen, wenn man es nicht einhält, eine Katastrophe sind. Sie sind erst katastrophal teuer und teuer dazu. Also ich würde gerne noch etwas Erkenntnis geben. Ganz kurz, weil ich schaue auf die Uhr und wir haben noch ein paar Themen, ich würde ganz gerne noch ein bisschen Gas geben. Ganz kurz eine Ergänzung noch zu diesem Medizinprodukte-Gesetz oder Verordnung und den Auswirkungen. Also die Auswirkungen sind vorauszusehen und das wissen auch, das weiß auch die Regierung, das wissen auch alle anderen Parteien, denn wir haben sogar im Ausschuss darüber schon diskutiert. Und trotzdem, obwohl das jetzt genau offensichtlich wird, dass es zu einem teilweise, zu einem Chaos führen kann, sind auch in dem Fall jetzt der Regierung oder ist dem Land, sind die Hände gebunden. Also das ist eben das Widersinnige jetzt wieder, was ich sage, natürlich hatte das einen vernünftigen Grund, das mal einzuführen. Es ging nämlich um die Implantate damals, da wo ja irgendwie so ein Fusch betrieben wurde. Aber dann die Ausuferung wieder von all dem und die Sinnlosigkeit, was dann am Schluss zutage tritt nach so einer Verordnung, man denkt dann einfach entweder nicht weit genug oder es ist einem egal, was dabei rauskommt. Also ich kann es jedenfalls nicht nachvollziehen. Wenn man noch nicht mal genug Stellen hat, um überhaupt diese Voraussetzungen zu erfüllen, die hier selber gefordert werden. Also das ist für mich unverständlich. Ich würde ganz gerne noch weitergehen und ich weiß, dass du ein bisschen mit den Hufen schaust, weil das Thema Automobil noch angesprochen werden soll. Aber vorher habe ich noch eine andere Frage gerade an Sie, Herr Senze. Es geht um die Ausschreibungspraxis. Wir müssen ja sagen europäisches Vergaberecht. Es passt sehr gut dazu, dass Waren und Dienstleistungen nicht vor Ort produziert und ausgeliefert und verwendet werden. Und interessant ist, wenn ich mir die Bemerkung erlauben darf, dass ja auch schon rein sprachlich hier aus dem sanktionierbaren Verbot ein sogenanntes Recht gemacht wird. Das europäische Vergaberecht. Was hat es damit auf sich? Ja, ganz einfach, dass ab einer bestimmten Betragshöhe Gemeinden und die öffentliche Hand dazu gezwungen ist, auszuschreiben, aber nicht nur die, sondern auch schon die Industrie wird dazu gezwungen. Und Sie können sich ja vorstellen, was dort sich heranzieht. Nämlich, Sie brauchen dort spezielles Wissen. Allein, um an die Fördertöpfe heranzukommen. Vielleicht ein Ausflug, der ein bisschen weg ist. Ich bin ja immer eingeladen, wenn irgendwie eine Dorfmitte eröffnet wird oder eine Parkbank oder so. Dann steht dann immer so ein Schild, gefördert von der EU. Da sind dann 140.000 Euro geflossen. Da stelle ich mir einmal die Frage, wie viel ist dort in der Administration versackt? Und das Schöne ist noch, dass die Honoration des Kreises und auch der Gemeinden sich dann noch nachdrücklich dafür bedanken, dass sie ihr eigenes Geld bekommen. und das finde ich dann immer sehr erheiternd auf die Frage dann angesprochen und sagen die auch, wir können nichts tun, die Töpfe sind da, wir müssen uns in diesen Bereichen spezialisieren. Und genau so ist es. Hier spezialisieren sich Gemeinden, die holen sich Spezialisten und wenn sie es selbst nicht bekommen, sourcen sie es out. Da bildet sich eine Wirtschaft. Aber was bringt diese Wirtschaft? Nichts. Der regionale, kleine Handwerker, der regionale, kleine Straßenbauer, der kann das nicht leisten und verschwindet. Während früher der Gemeinderat gesagt hat, George, komm mal her, wir müssen die Straße hier sanieren, müssen sie heute eine Ausschreibung initiieren, weil die die Betragshöhe X überstiegen hat. Und dann kommt dann meinetwegen auch ein regionaler Anbieter, stellt sein Schild auf und der schreibt dann weiter aus und holt sich dann Dampfenlöhne mehr oder weniger aus dem Ausland her und wenn sie auf die Baustelle kommen, gibt es dann nur noch den Kapo. Ich habe in meiner Nachbarschaft einen Straßenbaumeister, der das auch richtig von der Pike auf gelernt hat, hat gesagt, er kommt mit einem normalen Translator im Google nicht mehr weiter. Er macht es jetzt über die Körpersprache. Er zeigt, wie die Schaufel zu bewegen ist. Das sind die Resultate dieser Überregulierung und Ausschreibungswut, die überhaupt nicht notwendig ist. Ich hatte das Vergnügen, jetzt die letzten vier Jahre im Landtag zu sein. Vergnügen deshalb, weil ich gemeint habe, ich hätte in meinem langen Leben schon alles kennengelernt. Aber leider war das nicht so. Neben einer neuen Sprache musste ich auch den Wahnsinn tagtäglich ertragen. Aber eins habe ich festgestellt, wenn dort etwas gemacht wurde und der Landtag wurde ja umgebaut, sie konnten mit keinem dieser Menschen, die dort beschäftigt waren, sprechen. Die hatten entweder Rumänisch, Bulgarisch oder Sonstiges. Und bedauerlicherweise sprechen die wenig Englisch und auch kein Französisch. Also konnten sie nur über Gestik manchmal und nicken, konnte man mit denen sich verständigen, aber sie haben hier gearbeitet. Aber der Anbieter war ein deutsches Unternehmen, der nur noch die Kopfgesellschaft hier hat und alles andere mehr oder weniger in die verlängerte Werkbank gab, ins Ausland vergeben hat. ist das Ziel und Sinn dieser Ausschreibungsproblematik, die eigentlich eine Standardisierung hätte sein sollen, die eine Verbesserung herbeiführen sollen. Da bleiben enorme Summen auf der Strecke, in der Verteilung, es bleiben enorme Aufwendungen und jetzt könnte man sagen, es bilden sich neue Industrien. Aber jeder, der ein bisschen was von Volkswirtschaft und Betriebswirtschaft versteht, der Kern liegt immer an einem verkaufbaren Produkt und das ist nicht unbedingt die Dienstleistung. Das ist der Wertschöpfungsmonitor schlechthin. Stichwort verkaufbares Produkt, vielen Dank. In Baden-Württemberg ist das zu einem sehr großen Teil das Automobil. Wir haben in Baden-Württemberg, ich habe das mal recherchiert, ein Zweckverband schreibt, 200.000 Arbeitsplätze hängen direkt an der Automobilindustrie, etwa ein Fünftel des weltweiten Branchenumsatzes wird in Baden-Württemberg erwirtschaftet. Dabei nicht eingerechnet, habe ich extra geschaut, sind Umsätze, die durch Handel und Dienstleistungen entstehen, wie Autohäuser, Werkstätten, beispielsweise auch Werbeagenturen, die von der Branche leben. Jetzt gilt, du hast es ja vorhin schon angesprochen, seit 1.1. eine neue EU-Verordnung, die neue maximale Grenzwerte für CO2 pro Kilometer für Fahrzeuge vorschreibt. Wie ist diese Verordnung umsetzbar? Ja, das ist eine Frage, die hätte man vielleicht der EU stellen sollen, als sie das Ding aufgesetzt hat. Jetzt frage ich dich. Ja, es war so, dass diese, ich bin ja nicht gestern auf dieses Thema gekommen, sondern das Ding ist 20 Jahre alt. Es ist eine im Prinzip weltweite Vorgabe, man hat sich überlegt, wie kann man im Endeffekt hier einen gewissen Druck ausüben auf die Autohersteller und da gab es Verbrauchsvorschriften und die EU hatte bisher auch Verbrauchsvorschriften, das waren diese 130 Gramm, also der Ausstoß in CO2 ist direkt proportional mit dem Verbrauch an Litern. Da gibt es auch keinen Katalysator oder keine Abgasreinigung, die das korrigieren kann, das heißt, da gibt es keine Möglichkeit, die man reinbauen kann, das ist Thermodynamik. Und wenn Sie heute einen Verbrennungsmotor in Ihrem Auto drin haben und wir haben heute eine weitgehend ausgereizte verbrennungsmotorische Entwicklung und somit sind die Motoren sehr effizient. Sie sind sehr nah an dem dran, was technisch möglich ist. Und wenn Sie da noch näher dran gehen, wird das Ding halt immer unendlich teurer. Das heißt, man ist heute auf einem Niveau, wo man eigentlich vorletztes Jahr hatte man verbraucht, da waren es noch viele verbrennungsmotorische Fahrzeuge, lag mal so um die 130 Gramm für die Fahrzeugflotten. Und den hat man jetzt gesenkt auf 95 und man wird den weiter auf Richtung 60 Gramm reduzieren bis Ende der 2020er Jahre. Wenn man das erfüllen wollte, müssten die Motoren doppelt so effizient werden. Jeder, der sich auskennt, mit Thermodynamik weiß, ist eine illusorische Vorstellung, es geht nicht. Jetzt hat man aber noch was gemacht. Man hat den Dieselskandal benutzt und hat das Testverfahren geändert. Und das ist vielen vielleicht gar nicht so auf dem Schirm. Ja, man hat jetzt realistischere Verbräuche. Und die Zertifizierungsmethode, die man vorher hatte, die war eine andere. Das heißt, in Wirklichkeit ist die Grenze nicht von 130 auf 95, sondern die Grenze, also 130 ist das, was man so ungefähr erfüllt hat, oder die ist virtuell noch weiter abgesenkt worden, weil man das Testverfahren geändert hat. Lange Rede, kurz das hin, ich will das nicht zu kompliziert machen. Diese Regeln sind nicht zu erfüllen und eigentlich weiß das auch jeder. Und warum gibt es keinen Aufschrei? Es gibt deshalb keinen Aufschrei, weil Sie jetzt als Autohersteller hingehen müssten und sagen müssten, ich weiß nicht, wie ich das machen soll und ich weiß nicht, wie mein Geschäftsmodell morgen noch existieren soll. Das können Sie gerne versuchen. Das wird nicht so besonders gut ankommen am Börsenmarkt und aus diesem Grunde ist die Autoindustrie gezwungen, drumherum zu reden. Und drumherum reden heißt an dieser Stelle, ich setze auf alternative Antriebstechnologien. Sie haben das sicherlich oft gehört. Diese alternative Antriebstechnologie, die einzige heute verfügbare, ist der Elektroantrieb. Manche reden auch von Wasserstoffantrieben. Es gibt ja noch den Warpantrieb, kann man auch drüber reden. Fakt ist auf jeden Fall, dass man, wenn man über Elektrofahrzeuge redet, dann kommt erst mal die Frage, man kann die zwar produzieren, man kann die auch hier in Baden-Württemberg entwickeln. Das Problem an der Sache ist, man muss sie auch verkaufen. Und diese Regelung der EU sagt, ihr zahlt die Strafe, wenn ihr nicht in der Summe entsprechende Autos verkauft, die diese Grenze unterschreiten für die CO2-Gesetzgebung. Das heißt, es geht gar nicht darum, was die Industrie anbietet. Die Kunden müssen es auch kaufen. Und wenn die das nicht tun, weil sie alle gar kein Elektroauto wollen, dann zahlt das Unternehmen eine entsprechende Strafe. Das ist eine typische politische Gesetzgebung. Man gibt etwas vor, man wirft einen Stein ins Wasser und wartet dann mal ab. Gibt es denn da noch andere Möglichkeiten? Also vielleicht eine Umgehung in irgendeiner Weise von dieser neuen Verordnung? Ich will das jetzt mal kurz noch sagen. Die europäische Verordnung gilt natürlich in ganz Europa. Das heißt, man kann hier nicht in Deutschland eine singuläre Regelung betreffen. Im Grunde genommen wird die Autoindustrie hier in die Elektromobilität reingezwungen. Ich habe das in meinem Intro-Vortrag schon gesagt. Ach, das ist keine betriebswirtschaftliche andere Lösung momentan zielführend oder möglich. Es gibt diese politische Vorgabe. Die andere Lösung, die ich auch angesprochen habe, wäre, und das war unser Vorschlag im Bundestag, obwohl wir das da nicht ändern können, wir können aber im Bundestag der Bundesregierung vorgeben, synthetische Kraftstoffe anzuerkennen als CO2-neutrale Alternative. Und dann muss das auf europäischer Ebene natürlich beschlossen werden. Aber das sage ich jetzt auch mal ganz frech, ich habe das ja eben gesagt, wenn die führende Wirtschaftsnation in Europa ein massives Interesse daran hat, dass die Arbeitsplätze hier auch in Baden-Württemberg und die Kernindustrie unseres Landes, und das ist die Autoindustrie, nicht nur von Baden-Württemberg, von ganz Deutschland, wenn dieses Land in der EU sagt, Leute, so geht es nicht, wir müssen diese Gesetze ändern, und zwar so, dass wir das überleben, dann wird das auch passieren, zumindest mit der richtigen Regierung. Und na, man kann das ändern, ich habe gesagt, man muss einfach nur die Gesetze ändern, und wenn ich dieses Gesetz geändert habe und CO2-neutrale Kraftstoffe anerkannt sind, dann fahren Sie alle weiter Ihre alten Autos oder auch Ihre neuen Autos, dann haben Sie Ihre Arbeitsplätze, aber in der Autoindustrie wird kein CO2 mehr, oder im Verkehrssektor wird kein CO2 mehr ausgestoßen. Es wäre möglich und es kostet relativ wenig, es kostet genau genommen fast gar nichts. Und das ist der Witz an der Sache. Es wird eine gezielt, eine technische Lösung, die möglich wäre, politisch umgangen. Und das kann nur mit Ideologie begründet werden. Es gibt auch einen Grund dafür, kann ich auch sagen. Ja, ich wollte gerade nach dem Grund fragen. Das ist ganz einfach. Wenn Sie mal einen grünen Politiker fragen hinter verschlossenen Türen, wie stellst du dir das vor, wir haben in Deutschland 50 Millionen Fahrzeuge zugelassen, wie stellen Sie sich das vor, dass diese 50 Millionen Fahrzeuge täglich geladen werden, Ladestationen, kann man sich auch gerne mal in Bulgarien oder in Portugal vorstellen, gilt ja in der ganzen EU, dann sagt Ihnen der grüne Politiker, ja ist klar, wird nie funktionieren. Dann sage ich, ja, für wie viele Autos wird es denn funktionieren? Naja, vielleicht für 5 Millionen. Und dann kommen Sie genau zu dem Punkt. Die eigentliche Politik, die hier hinter steht, ist die Abschaffung des individuell genutzten Automobils. Und das ist etwas, was die einzige rationale oder was die einzige Erklärung ist, für diese Politik ganz gezielt Elektromobilität zu fördern. Und das ist etwas, was viele nicht verstehen, weil es nicht so offen, natürlich wird es nicht offen gesagt, da sind wir wieder, dieses Spiel über Bande. Wir haben eine extrem verlogene Art, Politik zu machen, indem wir Umweltorganisationen haben, die mit der EU ein Gesetz auskungeln, das gezielt auf die entsprechenden Nationen zurückwirkt. und wenn der Fehler dieses Gesetzes auftaucht, zum Beispiel in Baden-Württemberg, wenn wir nächstes Jahr feststellen, dass bei uns die Zulieferbetriebe reihenweise wirtschaftliche Probleme kriegen, das ist genauso wie mit den Fahrverboten, dann stehen wir hier in Baden-Württemberg und da wird sich ein, hoffentlich dann nicht mehr, Ministerpräsident Kretschmann, hinstellen und wird sagen, kann ich nichts machen. Ist so. EU. Das ist verlogen. Wenn Fakten geschaffen sind. Natürlich kann auch Baden-Württemberg in der Situation etwas machen. Wir müssen den entsprechenden Druck ausüben auf die Bundes- und Europapolitik, um hier an dieser Stelle unsere Interessen durchzusetzen. Und das Interesse von uns kann nicht sein, dass wir ein ideologisches Ziel der EU erfüllen und Elektromobilität machen. Das Ziel für uns muss sein, das Ziel für uns muss sein, dass wir die Regeln der EU erfüllen, dass wir einen gewissen Umweltschutz haben, aber dass wir unseren Wohlstand und unsere Arbeitsplätze hier in diesem Land und auch die Mobilität in diesem Land erhalten. Nicht gefährden. Also nach der Sinnhaftigkeit der einseitigen Förderung von E-Mobilität wollte ich auch noch fragen. Ich wollte da eine Ergänzung machen. Der Exodus der deutschen Industrie hat das schon begonnen. Weil eins gilt auch, die Produktion folgt zunächst den Märkten. Das hat man gesehen an der VE, die sich dann in den 70er Jahren schon nach China aufgemacht haben, das immer mehr ausgebaut haben. Aber mit der Produktion geht auch die Innovation und die Forschung hin. Mein früherer Arbeitgeber, viele von Ihnen wissen, dass ich bei der BMW Bank war und da eine gewisse Autoaffinität habe, hat ja auch schon Überlegungen angestellt, ob er das Forschungs- und Innovationszentrum nach den USA verlegt. Mehr als die Hälfte der Produktion findet schon statt. Und wenn die anderen Nationen unseren Entwicklungen und politischen Ideologien nicht folgen, werden wir eins erleben, dass Unternehmen, Industrieunternehmen in der Größenordnung wie Daimler Vance oder BMW oder auch VW ihre Produktion nicht nur verlagern, sondern ganze andere Arbeitsplätze, nämlich wie die Forschung und Innovationszentren auch verlagern. Das findet jetzt schon statt, schleichend. Und viele denken darüber nach. Und große Automobilhersteller wie General Motors haben sich zunächst mal getrennt von ihren europäischen Dependancen und viele Automobilanbieter haben sich sogar von den Marken getrennt und liefern gar nicht mehr nach Europa ein. Das ist ein ganz wichtiger Punkt, den viele vielleicht unterschätzt haben. Es wird ja in den Medien so getan, als würde die ganze Welt auf Elektromobilität setzen. Wissen Sie, dass das gar nicht stimmt? In China hat man jetzt gerade entschieden, den AfD-Antrag im Deutschen Bundestag eins zu eins in Gesetze umzusetzen. Ja. Das muss man sich auf der Zunge zergehen lassen. Ein AfD-Gesetz, das durchgeht. Ja, bitte? Ein AfD-Gesetz, das durchgeht. Ein AfD-Antrag leider nur. Also lange Rede, kurzer Sinn. Das, was ich Ihnen eben gesagt habe, dass man erkannt hat, man kann die Emissionen für Kraftfahrzeuge nicht wirtschaftlich reduzieren, indem man auf Elektromobilität geht, sondern man braucht dazu synthetische Kraftstoffe. Genau das haben die Chinesen umgesetzt. Und wissen Sie, was jetzt passiert in China? Jetzt entsteht ein Wettbewerb um die Herstellung von synthetischen Kraftstoffen. Und Elektromobilität, die Unternehmen, die Start-up-Unternehmen, die brechen gerade zusammen, weil die staatliche Förderung wird nämlich gestrichen. Man könnte, ja, das ist Wettbewerb. Der Wettbewerb findet aber leider nicht in Europa oder in Deutschland statt. Genau, und die BMW-Vertretung in Berlin hat neulich den Finanzminister eingeladen und er hat den BMW-Vorstandsvorsitzenden, es gab so ein Treffen in der Hauptstadt und da hören Sie, war so eine Podiumsdiskussion, ja, auch eine nette Moderatorin und da war dann der BMW-Vorstandsvorsitzende und der Finanzminister, die haben sich dann, also unser Finanzminister in Deutschland, haben sich dann unterhalten und dann kam dann raus, ja, wir wollen ja in Deutschland im Prinzip die Elektromobilität fördern. Und da sagt der BMW oder die Autos aus den Innenstädten raus haben. Und da sagt der BMW-Chef, ja, ich sage das jetzt mal in meinen Worten, ist uns egal, so wichtig ist dieser Markt nicht mehr, wir werden uns von verbrennungsmotorischer Entwicklung nicht trennen. Und dann hat der Finanzminister gefragt, aber Sie werden doch die Autos nach wie vor in Deutschland herstellen. Und daraufhin hat der BMW-Vorstandsvorsitzende gesagt, dass selbstverständlich die Produktion von Verbrennungsmotoren weiterhin bei BMW erhalten bleiben wird. So. Und wenn Sie genau zugehört haben, was er nicht gesagt hat, er hat nicht gesagt, in Deutschland. Das heißt, die Entscheidung, wie ein Unternehmen seine Autos baut und wo es die baut, die trifft dieses Unternehmen selbstverständlich ohne die Politik. Und wir haben in Europa eine Situation geschaffen, eine Steilvorlage geschaffen, diese Produkte nicht mehr in Europa zu produzieren. Ich sage Ihnen das mal klipp und klar, wenn Sie eine E-Klasse in Sindelfingen produzieren, mit Dieselmotor oder mit Benzinmotor, aber die aufgrund der Gesetzgebung in Europa nicht mehr verkaufen können, was meinen Sie, wie lange es sinnvoll ist, diese E-Klasse mit Importzöllen in China oder in den USA zu verkaufen. Zumal Sie ja in China und USA bereits ein Werk haben, wo diese Fahrzeuge heute vom Band laufen. Sie müssen noch nicht mal eine neue Fabrik bauen. Sie müssen diese Fabrik nur ein bisschen umbauen. Die Welt und der Wettbewerb wird es regeln. Ich fürchte, wir werden sehr schnell merken, was die Politik, die ideologische Politik in Europa hier in Baden-Württemberg angerichtet hat. Ich bin da aber sehr positiv gesinnt. Genau das wird dazu führen, dass unsere Gesellschaft rationaler über unsere Interessen und über wirkliche Politik nachdenkt und aufhört, irgendwelche Dekadenzpolitik zu machen, die in der Praxis nicht funktioniert. Du hast gerade einen schönen Satz gesagt, die Welt wird es regeln. Was es unter Umständen auch regeln könnte, ist jetzt mal so rein hypothetisch, das wäre vielleicht eine echte Bürgerbeteiligung in Europa. Und damit schneide ich mal das nächste Thema an. Ich würde gerne die drei Vertreter der beiden deutschen Parlamente in Baden-Württemberg und im Bund fragen. Landesparlament und Bundestag sind ja faktisch zwei Gesetzgebungen unterworfen. Herr Sense, Sie haben es vorhin gerade auch schon gesagt, dass der jeweiligen im Land oder im Bund und der europäischen, Stichwort ausschließende und konkurrierende Gesetzgebung, welchem Herrn dienen Sie? Darf ich mit der Dame anfangen? Christina, welchem Herrn dienst du? Dem baden-württembergischen oder dem europäischen? Ich diene meinen Wählern. Also ich werde... Dann bin ich mit dem Thema Bürgerbeteiligung doch sicher richtig bei dir. Ja, also wie ich vorhin schon sagte, ich verstehe mich total als Volksvertreterin und ich werde versuchen, im Landtag die Interessen der Menschen umzusetzen, die mich gewählt haben. Und das sind immer Nationalinteressen. Denn die Wähler, die uns wählen, die wollen, dass wir deutsche Interessen umsetzen. Es ist leider für uns als Oppositionspartei eben einfach noch nicht möglich, aber wir haben tatsächlich auch schon kleine, ganz kleine Erfolge erzielt. Allein schon durch unsere Anträge auch treiben wir die anderen vor uns her. Und natürlich schreiben sie sich die Erfolge dann auf ihre Fahnen, aber irgendwann hoffe ich, dass wir dann doch mal durchkommen werden. Die Möglichkeiten, also ich gebe die Frage auch noch mal gerne auf die andere Seite und frage gleichzeitig mal auch nach den Möglichkeiten, die es für die Parlamente gibt, den Land und Bund auf die EU Einfluss zu nehmen. Stichwort Bundesrat als Treuhänder von Landesinteressen. Kann man das so sagen? Ja, so müsste es sein. So müsste es sein. So müsste es sein. Aber wenn Sie mal die Gesetzgebungskompetenz ansehen, der letzten 30, 40 Jahre hat sich das zum Unguten für die Länder verschoben. Das heißt, der Bund hat sich immer mehr Kompetenzen geholt und hat bedauerlicherweise diese Kompetenz dann über ihre Regierung an die EU abgegeben. Das ist ja das Schlimme. Aber lassen Sie mir einen Punkt zu Baden-Württemberg sagen. Das, was der Kollege gesagt hat, findet tatsächlich statt. Der Wettbewerb reguliert die Märkte. Und Baden-Württemberg ist ein guter Seismograph dafür. Ich erinnere an die Weltwirtschaftskrise 2008. Da ist das Rating von Baden-Württemberg von AAA abgestürzt auf A+. Und ich habe die Befürchtung, dass es noch schlimmer wird. Ich habe die Befürchtung, dass wir die Innovationskraft schon lange verloren haben. Denken Sie mal daran, dass Bayern uns schon in den Patentzulassungen mehr oder weniger überholt hat. Und wir nicht mehr das Tüftler- und Erfinderland sein, das uns jeden Tag mehr oder weniger versprochen wird. Wir haben uns nicht nur ein Bruttoinlandsprodukt überholt, sondern auch bei den Innovationen. Also wir sind Seismograph, weil wir eigentlich auch durch unsere Schlüsselindustrie sehr anfällig sind. Sehr anfällig sind. Wenn dann das eintritt in der Medizinindustrie, dann wird es dann noch mal schwieriger werden für uns allesamt. Aber in der Tat ist es so, dass wir weniger Einfluss haben und die reklamieren wir auch in diesem Parlament. Wir stimmen nicht zu. Wir widersprechen. Deshalb kriegen wir auch wenig Zustimmung. Es ist nur bedauerlicherweise, dass wir über die Medien nicht nach außen dringen. Deshalb sind solche Veranstaltungen für uns notwendig, damit wir das transportieren in das Bewusstsein hinein. Wir sind keine Rassisten oder plumpe, dumpfe Nazis, sondern wir sprechen die Punkte an, die es zu bewältigen gibt. Die Herausforderungen nehmen wir an, ob das im Klimabereich ist oder im Bereich der technischen Innovationen. In beiden Bereichen leugnen wir weder die Zustände, sondern wir sagen, wie können wir sie bewältigen und in welchem Zeitablauf können wir sie bewältigen. Wie ist dieser machbar, dieser Umbau dieser Industrien, dieser Technologien, wie ist der machbar und wie können wir ihn bewältigen. Das bewegt uns allesamt und sehr ernsthaft. Daran arbeiten wir und da nehmen wir die Interessen der Baden-Württemberger wahr. Das klingt fast schon wie ein Schlusswort, aber es sollte es noch gar nicht sein. Also ich möchte aber gerne noch mal zurück zu meinem Lieblingsthema Bürgerbeteiligung. Ich würde zu den Einflussmöglichkeiten gerne noch was sagen. Ja, bitte. Die Frage war ja, welche Möglichkeiten habe ich im Deutschen Bundestag, ein Gesetz der EU entsprechend abzuweisen oder umzuwandeln. Jetzt muss man natürlich wissen, das Gesetz aus der EU ist ja vorher mit deutschen Vertretern in der EU entwickelt worden. Das heißt, es kommt im Bundestag und in der Regel haben die Vertreter, die von Deutschland in der EU sitzen, dann auch die Mehrheit im Deutschen Bundestag. Das heißt, in der Praxis wird es da gar keinen Widerspruch geben. Theoretisch besteht die Möglichkeit darin, dass wir zum Beispiel eine Subsidiaritätsrüge machen und sagen, die EU überreguliert hier. Ich glaube, es gab drei Subsidiaritätsrügen im Deutschen Bundestag und wissen Sie, was die letzte war? Das möchte ich ganz kurz sagen. Die letzte, die ich persönlich im Bundestag erlebt habe, wo die Bundesrepublik Deutschland gesagt hat, diese Regulierung der EU akzeptieren wir nicht. Die EU hat Deutschland vorgegeben, dass Infrastrukturprojekte, also ihre Umgehungsstraße, in zwei Jahren fertig geplant sein muss mit allen Umwelteinsprüchen. Wissen Sie, was die Bundesrepublik Deutschland im Verkehrsausschuss des Deutschen Bundestages und hinterher die Bundesrepublik hat entschieden, das ist eine Überregulierung. Wir wollen unbegrenzt lange planen können in Deutschland. Und deshalb muss ich zu meinem Leidwesen eingestehen, da haben wir sogar nicht zugestimmt. Ich versuche es noch mal mit meinem Thema Bürgerbeteiligung, wenn ich mich mal an die Seite. Volksbefragungen gibt es auf der europäischen Ebene bereits seit 2012 mit dem Vertrag von Lissabon, allerdings ohne rechtliche Verbindlichkeit, einfach als Befragung. Sie nennt sich Europäische Bürgerinitiative und ergänzt laut Maastricht das laut Maastricht festgeschriebene Petitionsrecht und dann gibt es auch noch ein Beschwerderecht beim europäischen Bürgerbeauftragten. So, jetzt möchte ich gerne wissen, Volksentscheide auf europäischer Ebene. Was würde passieren, wenn? Es würde wahrscheinlich wenig passieren, weil die Hürden, die Unterschriften, die gesammelt werden müssen, sehr hoch sind. Und im Übrigen ist es immer so... Ja, Referenten, zum Beispiel verpflichtende Referenten. Genau, die Frage ist tatsächlich, ob wir es wollen, dass eine Mehrheit der Mittelmeerländer für die ganze EU beschließt, was rauskommen soll. Ich gebe auch zu, Volksbegehren und Bürgerentscheide sind wunderbar auf lokaler Ebene, wo man sich kennt, sie funktionieren auch wunderbar in Schweizer Kantonen. Schon auf Bundesebene wäre ich vorsichtig, weil sich natürlich auch Stimmungen sehr leicht erzeugen kann und weil man Gruppen gegeneinander ausspielen kann. Das heißt, ich bin generell erst mal dafür, Macht nach unten zu verlagern, wo man seine Volksvertreter kennt und sie auch greifen kann. Dann schauen Sie, wenn Sie mit der Landespolitik unzufrieden sind, so Landtagsabgeordneten, da haben wir gleich zwei, den finden Sie relativ schnell, Ihren Stadtrat noch schneller. Wenn es dann nach Brüssel geht, wird das schon deshalb schwierig, weil ja die große Mehrheit der Abgeordneten noch nicht mal ihre Sprache versteht. Das heißt, es gibt erst mal einen Grundsatz, dass es umso demokratischer zugeht, je näher die Entscheidung an ihnen ist und je weiter Sie das weggeben, umso schwerer wird, es Einfluss zu nehmen. Stellen Sie sich vor, wir hätten eine Weltregierung und vielleicht ein Weltparlament mit tausend Abgeordneten, da wäre ein einziger Abgeordneter für ganz Bayern und Baden-Württemberg zuständig und würde die Hälfte des Jahres in New York oder sonst wo sitzen, die Möglichkeit, sich denen zu greifen und zu sagen, pass mal auf, so geht es nicht, die läge bei Null. Das würde ich mit Ihnen nämlich gar nicht treffen, außer es ist Wahlkampf. Das heißt, versuchen Sie es nach unten zu zoomen und nicht zu überlegen, wie können Sie so ein großes Gebilde wie die EU mit 270 Millionen Einwohnern mehr oder weniger jetzt großartig demokratisieren, Sie stoßen an ganz normale physische Grenzen aufgrund der Größe der Diversität der Sprachen, der Völker und der Partikularinteressen. Das heißt, es geht nicht. Jetzt haben wir aber weltweit einen Trend, dass man die Macht von solchen gewählten und kontrollierbaren staatlichen Institutionen wegbewegt. Das eine ist, wir bewegen sie weg zu solchen überstaatlichen Institutionen, da ist die EU nur die bekannteste, aber wir haben auch die Welthandelsorganisation, nur als Beispiel. Das Schiedsgericht der Welthandelsorganisation entscheidet unter anderem über die Frage, ob Europa verpflichtet ist, hormonbehandeltes Rindfleisch aus den USA im großen Stil einzuführen. Das haben Sie gar nicht auf dem Schirm. Mein CDU-Kollege kann mit viel Pathos in seiner Videobotschaft davon erzählen, wie sehr er sich dafür eintritt, wie sehr er sich dafür einsetzt, dass doch bitte die Schiedsgerichtsbarkeit der Welthandelsorganisation gestärkt wird. Auf meine Frage, ob er hormonbehandeltes Rindfleisch essen will, hat er erklärt, das sei eine populistische Frage, er habe es eher mit den Prinzipien. Wunderbar. Das heißt, wir haben eine Tendenz zunächst... Schmecken doch auch viel besser, oder? Keine Ahnung, ich würde es nicht bestellen, aber ich bin da ja auch konservativ. Das heißt, wir haben eine Tendenz, zunächst mal die Macht von den Leuten, die Sie wählen, die Sie kennen und die lokal für Sie greifbar sind, wegzubewegen zu irgendwelchen Institutionen, wo Sie allen Versprechungen und schönen Worten zum Trotz nicht wirklich zugreifen können. Wir haben aber noch eine zweite Tendenz und das sind die nichtstaatlichen Akteure. Das eine sind Firmen, Facebook, die öffentliche Diskussionen, die wir zurzeit haben und der öffentliche Meinungsaustausch findet ja zurzeit ganz, ganz stark statt über soziale Plattformen, Facebook und Twitter. Das heißt, er ist privatisiert worden und diese Firmen behaupten, sie könnten entscheiden, was von ihren Meinungen sie stehen lassen und was sie löschen können. Das heißt, zunächst mal eine Privatisierung von unglaublich wichtigen demokratischen Meinungsprozessen findet zurzeit statt, in dem insbesondere Technikfirmen sich weltweit herausnehmen zu entscheiden, was sie lesen dürfen und was sie nicht lesen dürfen. Dasselbe gilt im Übrigen auch für Medienunternehmen, aber im Vergleich zur Medienmacht von Facebook ist der Schwarzwälder Bote ja ein Waisenknabe. Die dritte Institution, die wir haben, sind aber sogenannte Nichtregierungsorganisationen. Die Deutsche Umwelthilfe hatten wir schon erwähnt, die ist noch relativ harmlos. Schauen Sie sich Greenpeace an. Fridays for Future. Greta Thunberg, irgendwer von Ihnen, der die Frau gewählt hat, die hat sicherlich mehr Macht, faktische Macht, als wir, vier Volksvertreter, korrekt gewählt, zusammen addiert. Das müssen wir leider zugeben. Das heißt also, wir haben eine Machtverlagerung von gewählten, kontrollierbaren, rechtlich organisierten Strukturen und Institutionen auf private, durch nichts und niemanden gewählte, völlig intransparente Institutionen. Der berühmteste Vertreter dieser intransparenten Schattenmacht heißt George Soros, den erwähnt man immer, weil die meisten sich damit was vorstellen können. Der ist bei Weitem nicht allein. Es gibt eine Open Society Foundation von Herrn Soros, es gibt auch eine Open Dialogue Foundation eines Soros, einer Kopie, der Herrn Soros als Vorbild hat, aus Kasachstan. Ich habe noch nie was davon gehört, bis irgendein kasachischer Legationsrat in meinem Büro stand und mir erzählte, dass mitten im Parlament diese Organisation Veranstaltungen organisiert. Dann habe ich mal gegoogelt. So ist es leider mittlerweile. Das heißt, die Macht verschwindet von Ihrem Landtagsabgeordneten, Ihrem Bürgermeister, Ihrem Stadtrat, Ihrem Bundestagsabgeordneten und dann gibt es noch so Scheinabgeordnete wie mich in kastrierten Parlamenten, wo es schon sehr schwer ist, sich Gehirn zu verschaffen und sie verschwindet zur privaten und zur Scheinorganisation. Und was nun passiert, und das ist die Bürgerbeteiligung, die EU sagt, wir müssen Bürger beteiligen und wie beteiligt sie die Bürger? Indem sie solchen Nichtregierungsorganisationen unglaubliche Mitspracherechte und Anhörungsrechte gibt. Wenn sie also eine gut organisierte Nichtregierungsorganisation sind, mit ganz vielen Mitarbeitern, können sie jede Verordnungsvorlage und jede Richtlinienvorlage, die in Brüssel von irgendwelchen Beamten ersonnen wird, die kriegen sie in jedem Stadium angeboten, können ihre Änderungsvorschläge einbringen. Sie sind also in den gesamten Erarbeitungsprozess mit eingebunden. Bevor solche Entscheidungen durch das Parlament verabschiedet werden, gibt es Anhörungen in den Ausschüssen. Da haben sie ein Rederecht und werden angehört und geben ihre Stellungnahme ab. Das heißt also, die Macht, von der sie noch glauben, das ist alles so schön, wie es im Grundgesetz und in der Verfassung von Baden-Württemberg beschrieben ist, das geht vom Volker aus in Wahlen und Abstimmungen durch ihre gewählten Repräsentanten, ganz leise verdunstet sie in Kanäle, die nicht rechtlich geregelt sind, die nicht demokratisch kontrolliert sind, wo sie nicht wissen, wie es finanziert ist. Das ist der große Trend und der läuft unter diesem wunderschönen nebulösen Begriff der Zivilgesellschaft und die Bürgerbeteiligung bedeutet, dass wir diese Zivilgesellschaft, die nur nett dem Namen nach ist, in die Entscheidungsprozesse einbinden, dass aber die gewählten Abgeordneten am Ende da sitzen und das, was da rauskommt, noch zur Kenntnis nehmen dürfen, um ihm einen demokratischen Anstrich zu verleihen und das ist ein globaler Trend und den müssen wir umdrehen und das ist dasselbe, wir müssen also nicht nur schauen, dass wir Kompetenzen von der EU wieder zu ihren gewählten Repräsentanten zurückholen, sondern wir haben mittlerweile ein G7- oder G8-Sekretariat, wir haben ein G20-Sekretariat, wir haben lauter UNO-Unterorganisationen, wir haben ein Weltklimaabkommen geschlossen in Paris, das ihr gesamtes Leben neu regeln wird und wo man nicht austreten kann, außer man ist die USA und macht es einfach, das heißt, sie haben ein Dickicht an solchen halbstaatlichen, überstaatlichen oder ganz privaten Akteuren, teilweise Unternehmen, teilweise Vereinen, die Macht ausüben und es ist sehr schwer hierauf einzugreifen, weil dazu kommt, dass der Staat dieses Dickicht auch noch mit Geld fördert und mit Rechten fördert, das heißt also, die demokratische Mitsprache, das was uns eigentlich unter Bürgerbeteiligung vorschwebt, das verdunstet langsam und wie gehen wir es um, meines Erachtens eben nur darin, dass wir es wieder dahin, dass wir die Entscheidungsbefugnis so nahe zu ihnen zurückholen, dass sie es durchschauen können, weil sie es quasi noch fast physisch greifen können und nun gibt es das große Gegenargument, das uns immer entgegenschwappt, die AfD hätte auf die großen komplexen Probleme der Welt immer nur so schrecklich einfache Antworten und wissen Sie, Komplexität beantworten Sie nicht mit noch größerer Komplexität, wenn Sie ein komplexes Problem mit komplexen Lösungen lösen wollen, dann haben Sie das deutsche Steuerrecht, Sie lösen ein komplexes Problem darin, dass Sie Komplexität reduzieren, weil wenn Sie die Komplexität reduzieren, wird das Problem für Sie erfassbar und nur ein erfassbares Problem ist ein lösbares Problem und deshalb ist die Aufgabe der Bürgerbeteiligung nicht darüber nachzudenken, dass wir jetzt ein Referendum von Schweden im Norden bis Bulgarien im Süden, von Frankreich im Westen bis Estland im Osten durchführen und das irgendwie managen, sondern Bürgerbeteiligung heißt im Zweifelsfall dem gewählten Kongressabgeordneten im Estland die Macht wiederzugeben über seine estnische Energieversorgung und sein Gesundheitssystem zurückzugeben, weil wenn der Unsinn macht, ist er dran. Wenn das in Brüssel irgendein Beamter tut, der sich noch von zehn unbekannten Nichtregierungsorganisationen beraten lässt, kann der machen, was er will, den kriegen Sie nie. Können Sie tausend Referenten machen, das ist eine Chimäre, dass das Referendum hilft. Und deshalb Komplexität reduzieren, Macht dezentralisieren, Macht nach unten durchgeben und dann da unten wissen, wen man sich als Volksvertreter aussucht. Bitte nur Leute, die Sie kennen, die meine Ausbildung abgeschlossen haben, die in einem Beruf mindestens fünf Jahre lang gearbeitet haben, die nach Möglichkeit über 40 sind. Und Kinder haben. Sehr schön ist es auch, wenn Sie in stabilen Familienverhältnissen leben und wenn man anhand der Kinder sieht, ob sie imstande sind, sich in ihrer Familie zu ernähren, zu waschen und einer geregelten Arbeit nachzugehen. Meine Damen und Herren, mit dieser Aufforderung, mit diesen Kriterien gäbe es in Deutschland die Grünen nicht, was ein großer Gewinn wäre. Gut, darf ich noch eine kleine Ergänzung machen? Also das war natürlich eine sehr hohe Anforderung, selbst für AfD-Mitglieder. Wir arbeiten dran. Wir treffen auf alle hier im Saal zu. Ich möchte gerne noch was ergänzen, was wir gehört haben bei dieser Ausschussreise nach Dänemark. Dort hat man ganz offiziell zugegeben, dass der Hauptgrund für die Spaltung der Gesellschaft, Sie merken schon, dass mir das ganz besonders am Herzen liegt, weil ich da einfach im Moment gar kein Rauskommen sehe. Also man hat das dort erkannt über alle Parteien hinweg, dass der Hauptgrund für die Spaltung der Gesellschaft die Migrationsfrage ist, also die Zuwanderung von den vielen fremden Menschen nach Dänemark. Und deshalb hätte ich, ich hätte gern ein Referendum, ich hätte gerne eine Volksabstimmung und zwar genau in dem Bundesland, dieses Jahr sehr erfolgreich war, nämlich in Thüringen. Wir sollten doch in Thüringen, ich würde gerne Herrn Höcke bitten, in Thüringen doch mal ein Referendum anzustoßen, wie die Bevölkerung das sieht, wie man zukünftig solche Zuwanderungen regulieren sollte oder ob man überhaupt weitere Zuwanderungen akzeptiert. Das würde ich mir sehr gerne wünschen, auf das Ergebnis wäre ich gespannt. Jetzt muss ich dann Ich auch, ich auch. Es kommt, Herr Senze, wollen Sie auch noch? Ich muss noch eins sagen, weil wir haben ja Gegenpole, wir haben an unserer Südgrenze in Baden-Württemberg ein erfolgreiches Land, das Volksabstimmungen eigentlich zum Wohl der Bevölkerung. Jaja, das Argument kommt immer, aber ich antworte dann auch immer, es gibt heute modernere Arten, als auf sich auf dem Marktplatz zu treffen, um das Plebistiet einzuholen. Aber es gibt erfolgreiche Modelle, aber ich bin schon der Meinung, dass wir beginnen müssen, und zwar meinetwegen auf Kreisebene und Landesebene. Wir sind ja auch mit einer Veranstaltungsreihe unterwegs gewesen und sagen hier, die Hürden für Plebistitäre muss nach unten gedrückt werden, weil das kann es nicht sein, dass bei entscheidenden, richtungsentscheidenden Aktivitäten einer Regierung das Volk kein Widerspruchsrecht hat und warten muss, bis sie in vier Jahren wieder mal wählen dürfen oder in fünf Jahren hier im Landtag. Und da müssen wir schon einen Motus Vivendi finden, der das ermöglicht. Weil ich sage allesamt, sie sind nicht zu dumm, ihr eigenes Schicksal in die eigenen Hände zu nehmen. Das haben sie ihr ganzes Leben lang bewiesen und sind zu ordentlichen Menschen geworden. Wenn ihnen jemand abspricht, egal wer das ist, dass sie das nicht können, dann gehört er von seiner Position weggefegt. und das muss man auch mal ganz klar sagen. Gut. Es geht jetzt langsam gegen zehn, wenn ich das richtig sehe, deswegen würde ich ganz gerne jedem der Teilnehmer nochmal die Gelegenheit geben, in der Beantwortung einer Schlussfrage sozusagen alles reinzupacken, was noch nicht gesagt wurde. Ich hoffe, es wird nicht zu lang. Verbinden möchte ich das mit noch einer Zuschauerfrage. Ein Dexit ist nach aktueller politischer Lage ausgeschlossen, schreibt einer unserer Gäste. Frage, was müsste passieren, damit es zu einem Dexit kommen könnte? Dirk, beginn. Und bitte nicht allzu lang, vielleicht jeder zwei Minuten, dann schaffen wir vor zehn das Ende der Wir haben eben über den Brexit geredet. Zunächst einmal muss es um einen Dexit in Deutschland zu ermöglichen, den klaren Willen einer Mehrheit dieser Gesellschaft geben, genau das zu machen. Und gleichzeitig, ich meine, es ist ja theoretisch, du hast gesagt, es ist theoretisch, aber ich sehe es nicht nur als theoretisch an, sondern wenn die Mehrheit dieser Bevölkerung das will, dann muss die Regierung dieses Landes einen Weg finden und ich kann versprechen, wenn die AfD oder ich ein Teil dieser Mannschaft sein wird, die das dann zu entscheiden hat, ich kann ja nicht für andere sprechen, aber ich kann versprechen, dass ich mich dafür einsetzen werde, dann werden wir das, was möglich ist, auch tun, um das umzusetzen, wenn das ihr Wille ist. Wir müssen aber, und das muss man auch ehrlicherweise sagen, wir müssen vorher klären, sagen, was sind genau die Bedingungen, die wir nach einem potenziellen Dexit haben und was sind die Bedingungen, die wir, ohne dass wir den Dexit-Schritt wirklich machen, in der EU noch erreichen können und das muss geklärt werden und deshalb ist mir ganz wichtig, wir machen keine unvernünftige Politik, nur um anders zu sein. Wir machen diese Politik, die uns nützt und deshalb müssen wir, bevor wir über einen Dexit tatsächlich reden in diesem Land, müssen wir klar formulieren, was wollen wir geändert haben in der EU und es muss auch klar sein, bei wie viel von diesen Änderungswünschen sind wir dann zufrieden und wenn dann rauskommt, wir können das nicht, dann bin ich mir ganz sicher, dann werden wir auch diese Mehrheit der Bevölkerung in diesem Land hinter diese Idee eines Dexit kriegen und dann, wenn der politische Wille da ist, dann werden wir einen Weg finden, das zu machen. Danke. Jetzt hat mein Kollege schon viele Fragen beantwortet, aber ich würde mal sagen, wir stehen vor zwei ganz großen Herausforderungen. Einmal vor der Währungsherausforderung, es steht zu befürchten, dass der EU in den nächsten kommenden Jahren zusammenbricht, der Euro zusammenbricht damit auch nicht. Und es steht dann zu befürchten, dass die EU in ihren Kernmannschaften sich einem Dexit, in dem Falle vielleicht einem, ich weiß nicht, wie man es Italien sagt oder Spanien, nicht, also Spexit vielleicht, eher nähert, weil die Bevölkerung... vielleicht sagen die dann einfach Olé. Olé, Karamba, Olé. Also die Ereignisse werden uns überholen, da bin ich voll davon überzeugt, zutiefst überzeugt. Auch der Erfolg Großbritanniens wird ein weiterer Impuls sein, für andere Gesellschaften darüber nachzudenken, ob die EU in ihrer heutigen Form so fortbestehen kann. Dieser Prozess hat schon begonnen mit den konservativen Parteien, die jetzt neu in dieses Parlament eingezogen sind, auch in das EU-Parlament, die sie nicht aufzuhalten. Das gibt manchmal ein leichtes Tief, aber es wird sehr schnell aufgrund der Verordnungen und der Restriktionen, die jetzt eingeführt werden, in diesem Labor EU, nicht, das ist ja ein Versuch. Wir sind ja alle zusammen in Vitros, nicht, wir werden, mit uns werden Tests gefahren, die ein vernünftiger Mensch gar nicht begeht. Und deshalb bin ich der Meinung, die AfD sollte auf jeden Fall mit der Ultima Ratio Dexit immer wieder drohen, um die zur Besinnung zu bringen, um mit legalen Mitteln das zu verhindern. Das ist meine tiefste Überzeugung. Als freiheitliebender Mensch, dem Souveränität, Unabhängigkeit und Selbstbestimmung wichtig sind, das Wichtigste überhaupt, wäre mir ein Dexit heute lieber als morgen. Wenn man allein sieht, wenn man nur betrachtet, wohin die EU uns bringt, zum Beispiel mit dem Migrationspakt, also ich kann mir eine schlimmere Entwicklung als mit der EU überhaupt nicht vorstellen. Also ich glaube, so gefährlich kann das Experiment Dexit überhaupt nicht werden, als das, was jetzt noch auf uns zukommen werden. Wenn wir über die Zusammenarbeit der Staaten in Europa sprechen, dann haben wir zurzeit das Modell EU, das heißt einen Staatenbund, der sich immer mehr zu einem Überstaat entwickelt und mit dem wir zu Recht unzufrieden sind. Ich glaube, es gibt niemanden hier im Raum, der diese Entwicklung gut heißt oder damit zufrieden ist, wie da eine Zentrale entsteht, die letztlich für sich selbst arbeitet und die Leute hier vor Ort vergessen hat. Auf der anderen Seite ist es sicherlich richtig, dass es ohne eine Zusammenarbeit nicht geht. Nicht, weil Deutschland zu klein ist. Sie sehen das übrigens an Südkorea, das ist immer das Referenzbeispiel, dass man also in einem Staat dieser Größe mit einer guten Industrie sehr wohl sich global behaupten kann. Aber Staaten wie Belgien, wie die Europäische Republik, wie Portugal sind zu klein dafür. Die Geschichte lehrt, dass wenn die Deutschen sich nicht ein bisschen um diese Länder kümmern und ein bisschen schauen, dass die auch zum Erfolg kommen, dann schließen die sich alle zusammen und dann wird es unangenehm für uns. Das heißt also, wir bewegen uns zwischen einer EU, die wir nicht wollen und der nüchternen Erkenntnis, dass wir irgendeine Art der europäischen Kooperation und Zusammenarbeit brauchen. Und vor diesem Hintergrund gilt, wenn wir jetzt einseitig aus der EU rausgehen, die EU aber stehen bleibt, dann haben wir exakt die Situation, dass wir raus sind, sich die anderen aber automatisch zusammengeschlossen haben und wir nicht dabei sind. Das ist in der Tat etwas, was zwar angesichts des Unbehagens, das wir an der EU haben, absolut verständlich ist, aber dann doch leider die historische Erfahrung des 20. Jahrhunderts außer Acht lässt. Da gilt dann das, was der liebe Kollege Spaniel erzählt hat, wir wollen halt nicht nur anders sein, sondern es muss halt auch so überzeugend sein, dass wir vor den Kritikern bestehen und ich befürchte, dass da der Wunsch und die Emotion und die Verärgerung über das, was zurzeit schief läuft, uns ein wenig übermütig werden lässt. Aus diesem Grunde gilt das Prinzip, wir brauchen jetzt den Mut, an dieser Reform weiterzuarbeiten, in dem übrigens durchaus pessimistischen Bewusstsein, dass es nicht klappt. Aber, und da bin ich beim lieben Emelsenze, die inneren Widersprüche dessen, was wir haben, sind so groß, dass die Veränderung kommt, weil sie kommen muss. Es trägt nicht das, was wir haben, es ist nicht nachhaltig, sondern es ist so schief gebaut, dass es früher oder später zusammenbrechen wird. Wenn es uns gelingt, vorher die Reform hinzubekommen und die Statik einzuziehen, dann soll es uns recht sein. Wenn es zusammenbricht, verspreche ich, dass es uns nicht recht sein wird, weil es teuer wird, aber zumindest dann die Chance geschaffen ist, auf dem Schutthaufen etwas zu bauen, was unserer Vorstellung einer Völkerfamilie, wo jeder glücklich werden kann, auf seine eigene Art und Weise, aber trotzdem nicht vergisst, dass er auf den anderen angewiesen ist, der viel näher kommt. Insofern ist meine Botschaft, ich verstehe den Wunsch nach dem Dexit, aber der Dexit verstanden, als wir gehen raus, die anderen bleiben drin, das sollten wir uns nicht wirklich wünschen. Wir sollten uns wünschen, wir hängen zusammen, aber in einer viel besseren Form. Wenn wir richtig gut sind, schaffen wir das auf eine geordnete, rationale, reformierte Variante. Ich befürchte, die anderen werden uns daran hindern, gut zu sein. Stellen wir uns also ein, dass es ein aufregendes und vielleicht auch ein sehr teures Jahrzehnt wird, das vor uns liegt, aber dass an dessen Ende aus dem, was hier nicht wert ist, dass es dieses Jahrzehnt übersteht, etwas aufgebaut werden kann, das letztlich so überzeugend, so freiheitsliebend, so souverän ist, dass auch die geschätzte Kollegin Baum am Ende sagt, genau das wollte ich eigentlich immer haben. Schön, dass es daraus gewonnen ist und mir den Optimismus nicht aufgeben. Gut. Okay, ich darf das als Schlussrunde so nehmen. Jetzt haben wir die zehn wahrscheinlich überschritten. Nein, es ist zehn Uhr. Wir sind am Ende dieser Diskussion. Was mich besonders freut, ist, dass hier eine ganze Menge Fragen gelandet sind hier oben und viele von den Fragen wurden beantwortet. Ich habe mir die alle angeschaut und viele habe ich ja auch mit eingebaut. Vielen Dank dafür. Vielen Dank, dass Sie hier waren und die uns die Gelegenheit gegeben haben, das alles hier schön zu erörtern. Und vielen Dank auch an alle zu Hause, die den Abend hier mitverfolgt haben. Und dann darf ich mich noch in der Reihe bedanken bei den Teilnehmern dieser Diskussion. Dirk Spaniel, Emil Senze, Christina Baum und Maximilian Krar. Danke. Wir wollen ja nicht vergessen, uns bei der Moderatorin zu bedanken. Eine, die AfD-Abgeordnete ausreden lässt. Ja, genau. Das ist ein Ohr. Vielen Dank, Christiane Christen. Gerne. Vielen Dank.